Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Happy Bootstrapping. Ja, was soll ich sagen? In Folge 9 habe ich mit Arvid Kahl gesprochen. Arvid lebt aktuell in Kanada. Arvid hat vor einigen Jahren mit seiner Partnerin Daniel ein Software-as-a-Service-Business namens Feedback Panda nebenberuflich entwickelt und innerhalb von zwei Jahren verkauft. Er betreibt heute ein kleines Medienimperium mit mehreren Büchern, Online-Kursen und so weiter. Und wir hatten im Interview sehr viel Spaß, deswegen ist es auch etwas länger geworden. Und ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Arvid redet, also ich kenne ihn nur eigentlich von englischem Content her, von daher war das jetzt auch etwas ungewohnt, aber super witzig. Und vor allem kann man viel lernen von seiner Build-in-Public-Methode und wie er generell immer alles mit der Öffentlichkeit teilt. In den letzten Ausgaben war der Ton nicht ganz so optimal, sorry dafür. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Schickt mir doch gerne Feedback. So, und dann gehen wir direkt rein in Folge 9. Viel Spaß mit Arvid und mir. Los geht's. Hallo Arvid. Na hi. Wer bist du und was machst du? Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich bin, sag mal so, ich habe irgendwann mal als Softwareentwickler angefangen. War schon immer irgendwie technologiebegeistert, so als Kind irgendwie mit zwölf den ersten Rechner bekommen. Ich komme aus dem Osten, das heißt, bei uns kam immer alles ein bisschen später. Aber wirklich so zwölf, dreizehn Jahre alt rum habe ich meinen ersten 286er bekommen und war total fasziniert. Also wirklich, da hat es angefangen. Und dann habe ich Programmieren gelernt, sowohl in der Schule, und das war relativ überraschend, dass die Schule da schon die Kapazität hatte, jemanden auszubilden im Programmieren. Also ich glaube, ich hatte nach einem guten Jahr mehr Ahnung über Programmieren als mein Lehrer, aber naja, so Jahrgang 85, da ist alles noch ein bisschen im Wandel gewesen damals. Ja, 1996 oder so, als ich dann in der Schule aktiv war. So, und nach dem Ganzen habe ich dann irgendwann mal erfolglos Informatik studiert. Das war auch sehr schön, also ordentlich aus der Uni geflogen. Und dann habe ich erfolglos Philosophie und Politikwissenschaft studiert, bin da auch nochmal aus der Uni rausgeprescht. Aber habe das tatsächlich abgebrochen, weil ich einen Job als Softwareentwickler im Silicon Valley gekriegt habe zu der Zeit. Da hat mich jemand über Twitter angeschrieben, weil er meinen GitHub-Account gefunden hat, war da eine total absurde Geschichte, und gesagt, ja, guck mal, du nutzt die Technologie, die wir hier auch nutzen, hast du Bock für uns zu arbeiten? Zwei Wochen später habe ich hier besucht, in San Francisco, was total abgefahren war. Wirklich, also das war noch so ein bisschen hippiemäßig unterwegs. Richtig interessante Zeit, habe dann auch remote aus Deutschland für die Firma gearbeitet und hatte eine mega interessante Programmiererfahrung. Und danach, als ich dann durch war, hatte ich eine kurze Burnout-Phase, irgendwann war es ziemlich intensive Arbeit, habe ich in Deutschland, in Dresden und dann später in Berlin ein Unternehmen mit Freunden gegründet, auch sehr erfolglos. Und nebenher immer so ein bisschen Consulting und Beratung und was man so alles macht als Entwickler, Projekte mit anderen Leuten gelöst, habe dann irgendwann durch diese Arbeit einen Job in Hamburg bekommen und mit einer Firma, die eine interessante Technologie, Elixir, eingesetzt hat. Und diese Technologie hat dann, als ich irgendwann mal mit meiner Freundin über ihre Arbeit gesprochen habe, dazu geführt, dass wir uns gedacht haben, dann lass uns doch mal ein Tool bauen, was deine Online-Lehrer-Probleme löst. Sie war zu der Zeit Online-Englischlehrerin, weil sie ist Kanadierin. Und ja, daraus hat sich dann eine Firma ergeben, die wir innerhalb von zwei Jahren auf 55.000 US-Dollar in monthly recurring revenue, monatlicher Monatsumsatz, wie man so schön sagt, aufgebaut haben. Und dann Ende 2019, also irgendwie so gefühlt drei Tage vor der Covid-19-Pandemie, haben wir das Ding dann verkauft tatsächlich für, ja, ich darf sagen, dass es eine lebensverändernde Summe war. Also so eine siebenstellige Zahl, die relativ krass das Leben modifiziert. Und danach habe ich angefangen zu schreiben im internationalen Raum. Also ich bin auf Englisch unterwegs die meiste Zeit. Ich lebe auch in Kanada. Wir sind mittlerweile von Berlin nach Ontario umgesiedelt. Das ist für mich relativ ungewöhnlich, überhaupt Deutsch zu sprechen. Ich freue mich sehr natürlich, dass ich die Gelegenheit mal habe. Ja, und seit der Zeit habe ich Bücher geschrieben. Ich baue mir gerade so ein kleines Medienimperium auf. Ich habe einen Podcast, einen YouTube-Channel und Newsletter und Blog und so. Habe irgendwie fast eine sechsstellige Twitter-Follower-Schaft mir aufgebaut. Und naja, ich versuche jetzt halt sowohl gleichzeitig immer noch ein bisschen Business zu bauen, sowohl mit dem Medienbusiness, was ich habe, als auch bei kleinere Software-Service-Projekten. Nebenher, wie halt auch jetzt anderen Leuten, anderen Gründern im deutschen Sprachraum, aber umso mehr noch im englischen Sprachraum, auf die Beine zu helfen und zu zeigen, du musst nicht unbedingt VC-Geld einfahren, um ein Business zu bauen. Du kannst das auch bootstrappen, kannst das auch selbst finanzieren. Und darum dreht sich das momentan bei mir so ein bisschen alles. Also ich komme aus der Entwicklerszene, habe dann irgendwann Gründer geworden und nach Gründer habe ich mitgekriegt, Nanou, ich bin ja Schriftsteller. Da so lebe ich jetzt irgendwie mein Leben hier im schönen, dürflichen Kanada vor mich hin. Ein schriftstellender Entwickler jetzt war das. Das Intro hat jetzt wirklich fast forward alles drin gehabt. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Ich muss unbedingt fragen, was das mit San Francisco war, weil ich hatte es auf deinem LinkedIn-Profil gesehen. Jetzt hast du im Schnelldurchlauf erzählt. Wie alt warst du da, als das passiert ist dann? Das war 2013, da wäre ich 22 oder so gewesen. Nee, halt. Lass mir keinen Mist erzählen. Das ist ja mathematisch, macht das überhaupt keinen Sinn, 28 oder so war ich da. Also das war so, ja. Die hatten dich damals angeschrieben über Twitter oder... Ich habe die DM noch, ist total abgefahren. Ja, also ich war zu der Zeit noch an der Uni eingeschrieben. Ich hatte halt einfach nebenher, ich war zu der Zeit viel zu Hause, weil ich irgendwie faul bin und nicht gerne zur Uni gefahren bin, und habe mich um meine Großeltern gekümmert. Die waren zu dem Zeitpunkt krank und hatten mich irgendwie familiär eingesetzt und habe eben viel nebenher noch programmiert, was man ja so macht, wenn man einen Rechner bei der Hand hat. Und habe halt mit Technologien rumgespielt und kleine Projekte gebaut. Und die Projekte habe ich irgendwie einfach nur auf GitHub gestellt und gesagt, ja, hier könnt ihr haben, mein Quellcode ist mir ziemlich egal. Ist ja nur ein kleines Bastelprojekt. Aber das war halt genau die Mischung aus Technologien, die diese Firma Koding nannte sich, also K-O-D-I-N-G, damals für ihre Online-IDE, also wie so IntelliJ oder so, aber im Browser, eingesetzt hat. Und das war dann halt die perfekte Mischung. Und da haben sie gesagt, ja, hast du Bock? Einfach auf Twitter, was ich total absurd fand. Und meine Großmutter damals, trau denen nicht, die wollen dir irgendwas. Aber zum Glück habe ich denen tatsächlich dann gesagt, ja, dann fliegt mich doch mal ein, was sie dann auch gemacht haben. Und war eine ganz fantastische, ja, wie sagt man, Möglichkeit, die Jungs einfach kennenzulernen bei der Firma, Jungs und Mädels. Und ja, das hat alles verändert in meinem Leben. Also das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, Nanu, diese digitale Welt, das ist jetzt nicht nur irgendwie so tun als ob, da steckt halt auch reale wirtschaftliche Möglichkeitswerdung dahinter. Da ist viel Potenzialität. Und das habe ich zum Glück genutzt. Ja, und in den zwei Wochen, wo ich da mit den Leuten ein bisschen rumgehangen bin, habe ich mehr gelernt als in den vier Jahren Informatikstudium an der Uni. Nichts gegen meine Alma Mater, obwohl ich weiß nicht, wenn du rausfällst, wenn du keinen Abschluss machst, ist es eine Alma Mater, kann ich gar nicht wissen. Aber es ist halt wesentlich krasser an der Realität, der tatsächlichen Softwareentwicklung dran. Das war wirklich, ich war zwei Tage da und dann kam irgendwie der Marketingmanager von Facebook und saß bei uns auf der Couch. Also das war so ungefähr die Liga, in die man nichts da rein katapultiert hat. Einfach nur dort vor Ort zu sein. Das war ganz absurd. Also gerade für jemanden wie mich, das war mein erster Job. Total absurd. Aber hat halt einfach geklappt, weil ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle über das geredet habe, was ich getan habe. Nicht nur gebaut, sondern auch gezeigt. Und das ist was, was witzigerweise genau zu dem führt, was ich heute mache. Ich will dem nicht zu viel vorwegnehmen, aber dieses ganze Build in Public, die Idee, sein Unternehmen und seine Projekte in der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit aufzubauen, das hat damals schon bei mir angefangen, ohne dass ich genau wusste, dass ich es gemacht habe. Aber heute ist es ein viel präzisierterer Begriff, der auch tatsächlich ganz bewusst, intentional eingesetzt werden kann. Und dafür spreche ich mich sehr stark aus, weil es halt Möglichkeiten ermöglicht, die du sonst nicht irgendwo, ja, wo du keinen Zugang zu gehabt hättest. Aber es ist ja auch ein krasses Vertrauensding, dann von dir zu sagen, ich fliege da rüber und schaue mir das an und dann nach zwei Wochen wieder zurück und dann arbeitest du remote bei der Firma. Das war ja auch schon noch relativ früh für das ganze Remote-Arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Also es war auch tatsächlich ein großer Vertrauensvorschuss, den ich da hingegeben habe. Aber ich habe mir gedacht, also wenn das jetzt nichts wird, dann sitzt du halt wieder in Dresden und machst nichts. So saß ich wieder in Dresden und habe was Interessantes gemacht. Ich habe die auch ab und an besucht und da hingeflogen und habe irgendwie so ein bisschen in San Francisco abgehangen, habe mir den Zoo angeguckt. Also das war auch unglaublich spannend, da auch zu sein vor Ort in dieser Community. Wir sind nach Berkeley gefahren, an die Universität und haben dort im, was war das, also in der Uni mit irgendwelchen Meetups, JavaScript, den Co-Entwicklern vom JavaScript-Team rumgehangen und darüber geredet, was da in der Zukunft mit der Programmiersprache passiert. Im Steve-Wosenjegg-Saal, so ein Zeug. Also das ist ein einfach, das ist so gelebtes Silicon Valley und das war eine super spannende Möglichkeit, die ich mir einfach nicht verschließen wollte. Und zu der Zeit habe ich mir gedacht, machst du einfach mal, guckst du, was passiert. Und ich glaube, mit der Einstellung in der Welt unterwegs zu sein, ist relativ stabil. Weil wenn es halt mal nicht klappt, man findet immer irgendwie noch eine Alternative, aber wenn es klappt, dann macht man halt dieses kleine, man eskaliert das immer weiter nach oben. Okay. Und dann hast du eine Weile in Deutschland, ganz normal angestellt gearbeitet und hast wahrscheinlich gemerkt, das ist nicht so unbedingt das, was ich machen möchte. Oder wie kam es dann zu der anderen Idee? Ich sage mal so, die Anstellung, die Festanstellung war eine spannende Sache. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, ursprünglich in Hamburg, war so eine kleine Ausgründung aus dem E.ON-Konzern. Also die haben so einen kleinen Startup-Accelerator gehabt und daraus hat sich so ein bisschen so ein IoT-Business ausgegründet. Und da lief es ganz okay. Das war spannend, ich habe da interessante Leute kennengelernt. Aber wir haben innerhalb unserer Techniker-Gruppe gemerkt, ja, wir kommen super klar. Wir Techniker, wir unter uns, wir sind ein echt geiles Team. Der Rest des Unternehmens, na ja, also da gab es so kleine Differenzen und irgendwann haben wir dann alle gesagt, dann lasst uns doch was Eigenes gründen. Wir sind doch technisch in der Lage und wir haben auch Kontakt zu ein paar guten Marketingleuten. Und daraus hat sich dann eine sehr spannende Firma ausgegründet, die aus ihren eigenen Mitarbeitern schon bestand. Also da ist auch das Eigentum an der Firma wurde dann auch mit bedacht unter den Entwicklern, die die Firma ausgegründet haben, mitverteilt. Das war eine ganz spannende Geschichte. Und ich war umgeben von super interessanten Leuten, die wirklich Ahnung von der Technik hatten, die gute Programmierer waren, die sind es auch immer noch natürlich in der Firma. Es sind auch viele noch da, weil es eben eine sehr, sehr schöne Umgebung war, in der man arbeiten kann und konnte. Und wir haben halt mit einer Technologie gearbeitet, die spannend war, wo man auch die Community lokal mit bewegt hat. Dieses Elixir, von dem ich gesprochen habe, das ist so eine funktionale Programmiersprache, die kommt so ein bisschen aus der Erlang-Richtung. Also früher ist man noch die Telefon-, die Switching-Networks da hatte. Also es kommt, Sony Ericsson oder so hat diese Erlang-Programmiersprache erfunden und Elixir ist so eine Art moderne Variante davon. Das ist cool für verteilte Netzwerke und so. Und wir waren halt ein IoT-Unternehmen. Wir haben uns viel mit Funktechnik und kleinen Messgeräten und so beschäftigt. Da war das natürlich die perfekte Programmiersprache. Und Arbeit hat super Spaß gemacht. Ich bin immer von Berlin nach Hamburg gependelt, dreimal die Woche. Das war so ein Hybrid-Job. Also mal vor Ort, mal zu Hause. Und das Pendeln war spannend, weil ich ja durch die Zugfahrt von Berlin nach Hamburg mit dem ICE zweieinhalb Stunden, ich sage mal so, Telefonservice Wüste Deutschland erleben durfte. Also zwischen Berlin und Hamburg gibt es irgendwie zehn Minuten Netz und der Rest ist nix. Also das ist halt einfach wieder, der Funkausbau ist da noch relativ langweilig auf der Gegend. Das heißt, ich musste mir da Bücher mitnehmen und einen Podcast vorunterladen und so ein Zeug. Da war nix mit Facebook oder YouTube oder Twitter. Da war halt einfach nur, was du hast, hast du. Und in der Zeit habe ich wahnsinnig viel gelesen und geaudiobookt, wie man so schön sagt. Und Podcasts gehört aus dieser Indie-Founder-Szene, den Indie-Hackers-Podcast. Also alles auf Englisch zum größten Teil. So wenig deutsche Sachen, weil ich mir dachte, man schränkt sich ja ein bisschen ein, gerade was die Technik angeht, wenn man sich jetzt wirklich nur im deutschen Raum unterhalten lässt oder bilden lässt. Deswegen habe ich da immer versucht, im englischen Raum mich mit einzuhängen. Das hilft dann auch ein bisschen in der Sprachkapazität und in der Befähigung, mit Leuten zu kommunizieren. Dachte ich mir, stimmt ja auch. Und habe wahnsinnig viel gelernt. Zwischen, gewissermaßen zwischen Berlin und Hamburg, habe ich mein gesamtes Gründerwissen mir angeeignet. Das technische Wissen habe ich mir in Hamburg angeeignet. Die Idee kam dann aus Berlin, in unserer Wohnung, als ich mit Daniel, meiner Freundin, festgestellt habe, Nanu, deine Arbeit ist schwierig. Lass es mal einfacher machen. Und ich habe jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre Software-as-a-Service-Erfahrung gehabt, so eine Projekte zu bauen. Habe das ganz einfach anwenden können. Habe auch tatsächlich Elixir, die gleiche Sprache, das komplette gleiche strukturelle System benutzt, was wir in der anderen Firma hatten, was dann genauso gut funktioniert hat für unser Tool. Ja, und dann ist dann halt eine Firma draus geworden. Weil wir gedacht haben, Nanu, das funktioniert ja für dich ganz gut. Lass doch mal den anderen, deinen Kollegen zeigen. Und da plötzlich ging das hoch. Wir hatten 50 Nutzer am ersten Tag. Und dann, als wir die Firma verkauft haben, hatten wir so 5.500 Kunden. Und die Firma war tatsächlich nur Daniel und ich. Das heißt, da war immer lustig, Customer Service mit 5.000 Leuten. Aber man bildet dann halt Systeme. Und so ist das passiert. Ja, das war, also es ist so ein bisschen Moonlighting gewesen, wie man so schön sagt. Also abends nach der Arbeit machst du noch ein bisschen Arbeit. Und das war für mich nicht allzu schwer, weil ich war entweder im Zug, konnte dann halt so auf meinen Rechner arbeiten. Oder im Hostel, weil ich manchmal auch einfach die Nacht in Hamburg gepennt habe, wollte dann nicht nach Hause fahren, bin da geblieben, habe dann halt noch 2-3 Stunden abends mit in das Projekt reingelegt. Und dann am nächsten Morgen wieder richtige Arbeit. Und dann abends wieder andere Arbeit. Also das war eine intensive Zeit. Und die wurde dann auch noch wesentlich intensiver, als wir nach gefühlt 9 Monaten das Business dann tatsächlich Fulltime, also Vollzeit mäßig, für uns entdeckt haben. Also wir waren ungefähr bei, ah, weiß ich nicht, so irgendwie zwischen 10.000 und 15.000 Dollar in Monatsumsatz zu der Zeit. Also wir hatten das schon fünfstellig. Und dann haben wir uns gesagt, ja, das reicht für uns. Da können wir uns jetzt Dividenden auszahlen oder irgendwas. Jetzt ist es sicher, jetzt können wir das weitergehen. Dann haben wir beide unsere Arbeiten aufgegeben. Ich habe meinen Job gekündigt und bin Vollzeit zu Hause geblieben. Und Daniel hat ihren Job noch ein bisschen weitergemacht, damit wir Kontakt auch in die Szene weiterhaben. Aber hat dann auch nach ein paar Monaten aufgegeben. im besten Sinne. Und dann haben wir das Unternehmen halt für ein Jahr weitergebaut und dann verdickt. Beschreib doch mal kurz, also das Unternehmen heißt Feedback Panda, was es genau macht. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Und wie kam es initial dann dazu, zu der Idee? Sie hat dir erzählt, mich nervt es hier, das Excel- und Word-Dokument ausfüllen. Oder hat sie noch Faxe verschickt oder was genau? So schlimm war es nicht, aber es war relativ nah dran. Also Feedback Panda ist ein Produktivitätstool, will ich mal sagen. Das Problem für Daniel war, dass das Online-Englischlehrer sein, das macht total Spaß. Also das ist kein Problem, das ist eigentlich eine gute Sache. Wenn du gerade wie sie, sie hat für chinesische Firmen gearbeitet, die haben diese ganzen motorsprachlichen, englisch sprechenden Leute akquiriert, die dann halt übers Internet chinesischen Kindern Englisch im Immersionsverfahren beigebracht haben. Die haben einfach nur auf die Kinder eingeredet und da sitzen dann so vierjährige Chinesen und denken, kein Kind wird Englisch, aber du hältst halt einen Apfel hoch und sagst Apple und irgendwann sagen die es halt auch. Das ist so ein bisschen die Idee. Und damit das für die Kinder spannend ist, fängst du an zu tanzen und machst so lustige Bewegungen und hast so Fingerpüppchen. Also da war auf jeden Fall richtig was los. Und das macht natürlich mega Spaß, wenn du Englischlehrer bist. Und wenn du das mit dieser Gewalt, dieser visuellen Gewalt machen kannst, das hat mega Spaß gemacht. Was ihr aber keinen Spaß gemacht hat, war nach jeder 25-minütigen Unterrichtseinheit nochmal 10 oder 15 Minuten lang in Text einzutippen, damit die Eltern des Kindes wissen, was das Kind gelernt hat und was sie noch üben können, damit das noch besser wird. Also da war halt immer dieser administrative Teil. Und wenn man pro halbe Stunde 25 Minuten unterrichtet und das irgendwie so, naja, sagen wir mal 8 oder 10 oder 12 Stunden am Stück macht, dann hast du dann 24 Unterrichtseinheiten, weil es immer ein 1-zu-1-Unterricht ist. Und zu jeder dieser Einheit musst du nochmal irgendwie 10 Minuten Text schreiben. Das ist ja mega viel Aufwand. Und da haben diese Englischlehrer, die ja alle bei derselben Schule dasselbe Curriculum, also dieselbe Unterrichtseinheit an verschiedene Schüler unterrichten, die haben dann festgestellt, ja, eigentlich können wir uns da auch ein System für basteln. Nehmen wir halt Wortdokument, Copy und Paste irgendwie. Heute haben wir was über den Apfel gelernt. Und dann trägst du dann halt den Namen von dem Schüler ein. Der kleine, was weiß ich, der hat das mit dem Apfel super verstanden. Und der irgendwie so, und man bastelt sich das zusammen, Copy, Paste, fertig. Das ist, wie man sich das schon ein bisschen vereinfacht hat. Aber natürlich ist das immer noch wahnsinnig manuell. Du musst immer noch den Namen eintragen von dem Schüler und dann das richtige Template finden für die richtige Unterrichtseinheit. Und manchmal hast du vielleicht Teile, die du nutzen willst, andere Teile nicht. Kompliziert. Und auch wenn es irgendwie die Zeit zur Hälfte verkürzt, hast du immer noch eine Stunde. Vorher war es zwei Stunden, jetzt ist es eine Stunde. Trotzdem noch eine Stunde. Und ganz ehrlich, Daniel hat sich damit abgefunden zu der Zeit. Aber je mehr ich zu Hause war und gesehen habe, wie sie da sitzt und einfach nur so tippt, so das Gehirn irgendwie aus und einfach nur tippen, dachte ich mir, ja, ich hätte aber die Stunde gern mit meiner Freundin. Weißt du? Also ich hätte jetzt, du musst das ja, das können wir doch automatisieren. Hier, ich bin doch der Computertyp. Ich kann das doch für dich lösen. Und da haben wir uns unterhalten und sie hat mir gesagt, ja, hier, das nutze ich. Da habe ich gesagt, okay, interessant. Da hat sie gesagt, ja, guck mal hier, die URL, da stehen irgendwie drei Zahlen, weiß auch nicht, was die bedeuten. Und da haben wir festgestellt, na nun, das eine ist ja die Stunden-ID, das andere ist die ID von, was weiß ich, dem Schüler und das andere ist die ID vom Klassenzimmer. Das können wir ja automatisieren, dass, wenn man die URL eingibt, dann automatisch dein Template für diese Stunde-ID mit dem Namen von diesem Schüler aus der ID, das kann man ja alles irgendwie zusammenführen. Ja, und da habe ich eine Browser-Extension geschrieben, ein Backend-System gebaut, was das irgendwie in der Datenbank alles miteinander vermischt und ein Frontend, wo man das sich zusammenklöppeln kann. Das Template einmal schreiben, dann übersetzt dir das automatisch irgendwie von, nach den männlichen Pronomen in weibliche Pronomen, weil in China gibt es ja nur männliche und weibliche Pronomen. Da muss man ja die Templates anpassen, immer so ein bisschen. Er hat heute, sie hat heute und so. Das kann man ja auch automatisieren. Und da hast du dann plötzlich zwei Varianten für zwei verschiedene Geschlechter da und da kannst du die eintragen und das fügt sich zusammen und aus diesen zwei Stunden Arbeitsaufwand wären fünf Minuten. Und zwei Stunden zu fünf Minuten, das ist ein signifikanter Einsparungsprozess und dafür sind Leute bereit, Geld zu bezahlen. Wir haben am Anfang, da haben wir zehn Dollar pro Monat oder so, so Netflix-Subscription-Level haben wir da genommen und das wurde dann später, nach einem Jahr haben wir es auf 15 erhöht, hat auch funktioniert. und das war so die Preisklasse, in der wir unterwegs waren. Man darf nicht vergessen, die meisten Lehrer waren Amerikaner, für die dieser Job der dritte Job war, den sie ausgeführt haben. Also die waren richtige Lehrer, haben da noch nebenher was gemacht und dazu noch online Englisch unterrichtet, damit sie irgendwie ihre Rechnung und ihre, naja, wie sagt man, Health Insurance bezahlen können, ihre Gesundheitsvorsorge, was sehr kritisch war. Also da mussten wir das preislich ein bisschen unten halten, aber ich greife vielem vor hier an der Stelle. Das war so der Prozess. Daniel hat ein Problem gehabt, ihre eigene Lösung gefunden. Wir haben festgestellt, in ihrer Community, war auf Facebook und so unterwegs, waren wahnsinnig viele Lehrer, die halt ein ähnliches, aber nicht gleiches System für sich selber auch gebaut haben und das ist für mich eine der klarsten Erkenntnisse, die ich im Nachhinein aus dieser Sache ziehe, ist, wenn du eine Community von Leuten siehst, die denselben Job machen und jeder hat ein eigenes System, aber jeder baut sich das irgendwie selbst und die sehen alle irgendwie ähnlich aus, aber nicht wirklich gleich, dann ist das eine Megamöglichkeit für ein Softwareunternehmen, das alles ein bisschen zu konsolidieren und nicht nur, dass man dann mit einem Produkt allen diesen Leuten gleichzeitig helfen kann, die Leute können sich auch untereinander helfen und das haben wir bei uns im Produkt halt auch gemerkt. Dieser Online-Lehrer, ich glaube, Lehrer ist ja auch eine sehr, sehr gute, wie sagt man, ein guter Markt dafür, die wollen einander helfen, die wollen nicht nur den Schülern helfen, Englisch zu sprechen, die wollen auch anderen Lehrern helfen, besser zu lehren und da haben wir in unser Produkt so eine Art Tauschbörse eingebaut, wo die ihre Templates, ihre vorgefertigten Fragmente untereinander tauschen konnten. Da hat einer ein richtig gutes Template für einen Apfel geschrieben und der andere halt ein richtig gutes Template für die Farbe Rot und hat der halt von dem das genutzt und der von dem und plötzlich waren da irgendwie 500 Leute, die alle das richtig geile Apfel-Template genutzt haben. Also wir haben ein internes, wie sagt man so schön, ein Networking-Effekt-System gebaut, wo die Leute, also das war nicht nur ein Sharing-System, das war es auch, aber es wurde auch gerankt. Du hattest gesehen, dieses Template wurde 5000 Mal von Lehrern geholt und das hat natürlich dann dazu geführt, dass jetzt nicht nur innerhalb des Produkts die Leute miteinander das ausgetauscht haben, das war die Funktionalität der Sache, aber es war für diese Leute, die unser Produkt schon benutzt haben, interessant neue Lehrer reinzuholen, um frische Templates aus deren eigenen privaten Archiv in das globale, untereinander geteilte Archiv reinzuholen. Das heißt, wir hatten im Endeffekt ein Referral-System gebaut, ohne das zu beabsichtigen. Die Leute wollten andere Leute reinholen. Also wir haben dann irgendwann nach einem Jahr auch tatsächlich im Zuge der Preiserhöhung ein Referral-System eingebaut, wo Leute irgendwie eine Preisreduktion bekommen haben oder einen Monat gratis, wenn sie fünf Leute anwerben oder so. Aber wir haben auch mit diesem System haben wir kaum einen Abtick gesehen, irgendwie in einer Erhöhung des prozentualen Referrals, weil die Leute haben schon massiv ihre anderen Leute reingeholt. Einfach weil das System an sich sehr shareable, sehr teilbar war an der Stelle. Und ich hoffe, dass man mir hier verzeiht, dass ich erst englische und dann deutsche Begriffe verwende. Ich muss mittlerweile nach den Jahren, die ich hier in Kanada gelebt habe, ab und an rückübersetzen. Also es ist tatsächlich sehr kurios, wenn man in einem anderen Land lebt und die eigene Sprache sehr selten noch spricht, gerade wenn man professionell im Englischen unterwegs ist und privat im Deutsch spricht, da kommen die Begriffe erst mal auf Englisch ins Gehirn. Und dann muss man irgendwie so... Warum sprichst du dann Englisch dann? Ja, wir haben... Also das ist unsere Standardsprache. Sie spricht auch Deutsch und das ist sehr gut. Sie glaubt mir nicht, wenn ich dir das sage, aber sie ist ausgebildete Opernsängerin. Das war so ein bisschen auch der Anlass, warum sie spannenderweise Englisch-Online-Lehrerin war, zu der Zeit war, weil sie irgendwie eine Beinverletzung hatte. Sie konnte nicht laufen. Und für eine Opernsängerin ist es ein bisschen blöd, wenn du nicht laufen kannst, weil dann kannst du ja nicht in die Oper. Kannst du nicht irgendwo auftreten. Das heißt, sie musste irgendwie einen Job finden von zu Hause. Dadurch erst ist sie Online-Englischlehrerin geworden. Das wäre sonst nie passiert. Und dadurch erst haben wir Feedback Panda bauen können. Das wäre sonst nie passiert. Und dadurch erst haben wir das Ding dann verkaufen können und dadurch erst kann ich Schriftsteller werden. Also das ist diese Pfadabhängigkeit, in die Vergangenheit zurückzudröseln. Das ist mega interessant. Aber ja, das ist so die Geschichte von Feedback Panda. Eins noch. Wie lange hast du gebraucht, um eine erste Version zu bauen, die sie dann verwenden konnte? Und wie lange habt ihr gebraucht, damit der erste externe Kunde das dann genutzt hat? Hast du das Wochenende kurz gebaut oder ist das so? So könnte man es fast sagen. Also es hat vielleicht zwei, drei Wochen gedauert, bis ich eine Version hatte, die funktioniert hat. Und dann hat es noch mal zwei, drei Wochen gedauert, bis ich eine Version hatte, die Daniel auch gefallen hat. Also da kommt natürlich dann die Realität des Benutzers noch mit drauf. Aber so einen guten Monat oder so, weil es war ja immer noch neben der Arbeit. Ich musste ja auch mal in Vollzeit arbeiten. Der große Vorteil, warum das nur einen Monat, so ab und mal eine Stunde am Tag oder so gedauert hat, war, dass ich, wie ich es bereits gesagt hatte, das exakt gleiche System, was ich auf der Arbeit technologisch eingesetzt habe, auch dann im Privaten einfach nur wieder eingesetzt habe. Also da gab es eine Neuinstallation von Elixir und von Phoenix, dem Framework. Und dann wusste ich ganz genau, wie ich am schnellsten so ein Prototyp bauen kann. Ich musste mir nicht irgendwie eine neue Technologie anlernen oder irgendwie Weltsau von irgendwelchen Büchern und Dokumentationen durchlesen. Ich habe es ja genau die gleiche Methodik auf meiner Arbeit verwendet. Das war sehr nützlich und das empfehle ich im Übrigen auch jedem, der so ein Side-Project bauen will, also so ein kleines Projekt daneben, dass man das einfach nur genau die Technologie einsetzt, die die jetzt auch einsetzt. Und wenn das Java-Server-Pages sind oder irgend so ein .NET-Zeug, wo du denkst, ah, ist das optimal? Das ist wurscht. Das ist total egal, ob das optimal ist oder nicht. Wenn du einen Prototypen hast, du wirst den eh total modifizieren in der Zukunft. Nutze einfach die Technologie, mit der du dich vertraut bist im Moment. Am wichtigsten ist, dass du irgendwas rausbekommst. Und das war auch unser Ziel. Zwei, drei Wochen hat es gedauert, bis ich das Ding laufen hatte. Dann hat Daniel das benutzt und im Laufe der nächsten paar Wochen haben wir das modifiziert, bis es dann ging. Und dann haben wir gesagt, so, wir sind jetzt an dem Punkt, wo das gut genug ist für dich. Lass es doch einfach in deine Community reinstreuen. Lass doch auf Facebook, wenn jemand das nächste Mal fragt, weil es war jeden Tag in der Community jemand, der gefragt hat, wie kommt ihr nur mit dem Feedback klar? Das dauert viel zu lange. Und die meisten Leute haben gesagt, ja, hier ist mein System. Und dann haben manche angefangen schon auf Google Docs oder Google Sheets so miteinander das zu teilen. Aber das war immer noch irgendwie ein bisschen wackelig. Und eines Tages hat Daniel einfach gesagt, ja, also ich benutze Feedback Panda. Und dann irgendwann, ich habe es auch gebaut im Übrigen. Aber das war so ein bisschen der Kommentar. Und von diesem Facebook-Kommentar kamen 50 Leute. Und von den 50 Leuten am nächsten Tag hat jemand gesagt, ja, wie macht ihr das mit dem Feedback? Feedback, drei davon. Ja, wir haben gestern Feedback Panda gefunden. Das ist richtig geil. Da ging es los. Und das war unsere Marketingstrategie. War einfach nur kommunizieren. Und nächste Anekdote. Nach einer Woche, wir hatten so eine 30-Tage-Free-Trial-Variante, wo Leute einfach nur sagen, einfach einloggen können und ihr könnt das 30 Tage nutzen. Und dann fragen wir euch nach Bezahlung. Weil wir gedacht haben, 30 Tage, das ist für jemanden, der täglich unterrichtet, mehr als genug, um so eine Habitualisierung aufzubauen, um das auch zu brauchen, um zu investieren, damit man dann Wert davon bekommt. Nach den 30 Tagen haben wir gedacht, dann kommen vielleicht die ersten Kunden. Ja, nichts. Sieben Tage hat jemand versucht, versucht, unser Produkt zu kaufen. Ich hatte noch nicht mal die Stripe-Test-Keys ausgetauscht. Ich hatte noch nicht mal Payment angeschalten. Da haben die Leute schon versucht, das zu kaufen. Weil sie gesehen haben, Wert gegen das, was sie anfordern, ist wesentlich höher. Also wir hätten das wahrscheinlich für 50, 60 Dollar verkaufen können und immer noch genug monetarisiert. Aber unsere Idee war, wir wollen diesen Lehrern helfen. Die haben sowieso nicht viel Geld. Machen wir einen Zehner. Hoffen wir halt, dass sie untereinander Bescheid sagen, dass es ein gutes Produkt ist und das hat dann auch so geklappt. Aber das war ja eine Woche, nachdem wir das dann rausgehauen haben, kamen die ersten Bezahlungen rein. Und dann, nach denen ging es wirklich eigentlich relativ geradlinig nach oben. Ich glaube, wenn man auf Indie-Hackers geht und dort nach Feedback-Panda sucht, wir sehen nicht, ob das noch so ist, weil wir haben die Firma ja vor mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren oder so verkauft. Da sieht man vielleicht noch tatsächlich die von Stripe dort hinterlegten MRR-Werte. Wir haben das eingebettet. Also bei Indie-Hackers kannst du eine Produktseite machen und dann kannst du über Stripe einbetten, wie genau deine Finanzen sind, damit Leute sehen können, wie dein Unternehmen wächst. Haben wir gemacht. War auch der Grund, warum uns tatsächlich irgendwann jemand gefunden hat, um uns zu kaufen, weil wir unsere Financials genauso geteilt haben. Also das war Build in Public an der Stelle und das hat uns auch wieder mal, ich zitiere meine GitHub-Geschichte von vorhin, wieder mal hat uns das im Öffentlichkeitsraum einfach nur existieren, dazu geholfen, weiterzukommen an der Stelle. Und ja, das ging dann sehr stabil, ging die Kurve nach oben und jeder, der ein Unternehmen kaufen will, sieht sehr gerne eine stabile Kurve nach oben. Also das hat den Leuten sehr gut gefallen und uns natürlich auch. Nach zwei Wochen waren wir profitabel, das war abgefahren, weil natürlich auch, dass die Software an sich jetzt nicht kompliziert war. Das war eine Datenbank, eine Browser-Extension und ein Backend-System, was selbst mit 5000 Leuten, die das Produkt gleichzeitig benutzen, das ist ja nur Text, da wird ja nicht hier Video gerendert oder so. Das ist ja nur Text in die Datenbank schreiben, Text aus der Datenbank lesen. bis, ich glaube, selbst als wir das verkauft haben, hat das gesamte Produkt laufen zu lassen uns 3000 Dollar im Monat gekostet oder so. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass zu der Zeit haben wir 55.000 Dollar eingenommen. Also das war eine gute Marge an der Stelle und das war natürlich auch der Grund, warum wir das Unternehmen verkaufen konnten. So sieht es aus. Wunderbar. Das ist eine wahnsinnig coole Geschichte auf jeden Fall. Ein paar Details waren mir jetzt noch gar nicht bekannt. tatsächlich so. Und dann habt ihr es verkauft und dann, herzlichen Glückwunsch nochmal, aber es ist auch schon lange her. Was man häufig so liest, ist, dass man dann in ein Loch fällt oder in so eine Inspirationslosigkeit. Andere schaffen es tatsächlich direkt danach, was Neues anzufangen oder die haben. Denen wird es schon langweilig, während sie das Unternehmen dann merken, ach, jetzt muss ich hier ja Manager machen und bin nicht mehr der Founder. Jetzt hast du aber auch noch den Supportjob gehabt, das habe ich mitgenommen. Wie ging es dann weiter? Bist du auch in so ein Loch gefallen oder warst du erst mal erleichtert? Ihr habt drei Monate eine Weltreise gemacht und dann überlegt, wie es für euch weitergeht? Ja, also es ist so ein bisschen eine Mischung aus den beiden Sachen. Also ich war am Ende der gesamten Phase schon relativ nah, wenn nicht direkt mitten im Burnout. Also ich war der einzige Techniker in der Firma. Das ist jetzt nicht so schwer bei zwei Leuten, der einzige irgendwas zu sein. Also Daniel war Geschäftsführerin, sie war auch Design und Produkt. Das war all die Sachen, die sie konnte und die sie machen wollte. Und wir haben uns den Support geteilt, aber am Ende war ich meistens der, der Support gemacht hat, weil es ist witzig. Wir haben so gut automatisiert unser System und mit der Hilfe, die wir hatten, dass die Sachen, die durch den Support durchgekommen waren, waren fast alle technisch in der Natur. Hier sind Daten irgendwie falsch oder ich kann das nicht installieren oder was auch immer. Also wir haben von den 5000 Leuten, die Probleme gehabt haben könnten, wurden die meisten schon von unserer Automatisierung abgefrühstückt und das, was durchkam, war halt technisch. Und ja, wir hatten halt viele Server, die wir laufen lassen mussten, weil wir global verteiltes Unternehmen waren. Viele Kunden in USA, Kanada, aber auch Südafrika, Großbritannien und diese ganzen Exil-Amerikaner, die im Vietnam oder in Australien und so gelebt haben, wir haben überall Kunden gehabt in aller Herren Länder. Das heißt, das muss immer laufen. Es muss immer 100% stabil sein, weil wenn die unterrichten, dann wollen die das jetzt benutzen und nicht in zwei Stunden. Also war hohe Anforderung an unsere Präsenz und ab und an hatten wir technische Probleme. Das ist halt immer so in einem Softwareunternehmen und das hat mir irgendwann, wie sagt man so, mein Stresslevel schon sehr, sehr, also das grundlegende Stresslevel in meinem Leben war schon so hier. Also so unterkannte Oberlippe, irgendwie so. Man war gerade noch so am Atmen, man wusste, man kommt klar, aber wenn das jetzt mehr wird, uh, da wird es zu viel. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Energie geraubt. Ich konnte kaum noch stabil schlafen. Ich hatte jetzt nicht unbedingt Albträume oder so, aber ich habe halt einen sehr, sehr seichten Schlaf gehabt, weil ich musste halt immer wach sein, wenn unser Telefon klingelt und die Roboterstimme von irgendwelchen Uptime-Service mir sagt, dein Server ist gerade aus, da muss ich innerhalb von einer halben Minute aufstehen, zum Rechner laufen, ein Problem lösen. Das ist kein normales menschliches Verhalten. Wenn wir schlafen wollen, dann schlafen wir normalerweise und das hat mir sehr viel Stress bedeutet, bis ich dann halt tatsächlich physische Begleiterscheinungen gezeigt habe, also Magenprobleme, Atemprobleme, was man halt so kriegt, nicht unbedingt Panikattacken, aber so eine grundlegende Panik, so eine konstante Panikattacke, es war nicht sehr schön. Und an dem Punkt haben wir uns irgendwann gesagt, ja Mensch, wir haben hier Interesse von irgendwelchen Leuten, die uns kaufen wollen, lass doch mal verfolgen. Also lass doch mal verkaufen und dann haben wir auch mit den Leuten bei Showsworth Capital um Kevin McArdle, der so das CEO dieser Firma war zu der Zeit, der hat uns da sehr positiv überrascht als so Private Equity Typ. Man denkt ja immer, oh, die Investoren, die aufkaufen, das sind so gelackten Typen. Der war ein ganz normaler Mensch, Familienvater, der halt einfach Interesse hat, Unternehmen zu vergrößern, aber nicht zu groß. Das war eine sehr interessante Methodik und mit dem haben wir uns unterhalten. Wir haben unsere eigene Due Diligence dann so ausgeführt, um festzustellen, ja, sind die jetzt vertrauenswürdig oder nicht? Hat auch funktioniert. Gespräch geführt, gesagt, ja cool, Letter of Interest kam dann und dann irgendwann kam das Transaction Agreement und dann irgendwann wurde das Unternehmen verkauft. Großer Champagner-Moment bei uns. War jetzt wirklich tatsächlich nur so plopp und dann so, jetzt ist alles anders oder wie? Also war auch sehr komisch. Und dann war das Unternehmen verkauft. Wir haben das übertragen, relativ schnell. Das war an einem Tag durch. Also wir hatten das so weit dokumentiert und automatisiert, dass wir mit denen das komplette Unternehmen an einem Tag rüber übertragen hatten. Wir mussten dann natürlich noch unsere Nachfolger akquirieren, so Hiring-Prozess mit denen machen, aber das ging dann auch sehr schnell. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir erstmal Urlaub. Nach zwei Wochen haben wir dann tatsächlich eine zweiwöchige Südafrika-Reise gemacht. Das war, lass mich lügen, im Oktober oder so 2019, vor der Katastrophe noch, haben wir noch so mit echten Menschen um uns rum. Ich weiß nicht, ob das noch versagt, aber es war tatsächlich eine andere Zeit noch. Wir haben Urlaub gemacht und schon während des Urlaubs haben wir beide gemerkt, puh, da ist jetzt aber irgendwas aus unserem Leben raus, wo wir gar nicht gedacht haben, dass es uns so wichtig war. Also man gibt ja das Unternehmen ab und dann denkt man, ja, jetzt sind wir reich. Stimmt auch irgendwie, aber man gibt irgendwie was weg. Und ich vergleiche das ganz ungern mit einem Kind, weil es ist ja keins, es ist ja ein Unternehmen, es ist ja keine reale Person, aber man investiert schon so eine gewisse emotionale Bindung oder man baut eine emotionale Bindung auf mit dem Unternehmen. Das ist was, was ich geschaffen habe. Wir haben das gemeinsam gemacht und das war bei Daniel und mir tatsächlich ja auch ein Beziehungsresultat. Wir waren Partner im Business und im Leben. Das heißt, wir haben das gemeinsam hochgepäppelt gewissermaßen. Und dann haben wir das abgegeben. Da war also gewissermaßen schon da irgendwie so ein Verlustgefühl an der Stelle da. Und das wurde dann halt noch ein bisschen schlimmer und jetzt komme ich auf das, was du gesagt hast, weil man ja, man fällt ja dann in dieses Loch. Das ist ja nicht nur Verlust von dem, was man gerade hat, aber eben auch ein gewisses, ja und jetzt? Kann ich das jemals wieder so erfolgreich sein? Kann ich jemals wieder so ein Unternehmen aufbauen, das irgendwie Millionen wert ist? War das nur so ein Ding? Und jetzt, gerade jetzt im Nachhinein, wenn ich viel mit Gründern rede und viel mit Leuten in diversen Größen, die Unternehmen verkaufen, ich höre das überall wieder. Vor ein paar Wochen habe ich mit Patrick Campbell gesprochen. Patrick Campbell auf Twitter, der hat Profitwell verkauft. Der hat das Unternehmen für 200 Millionen Dollar verkauft an Paddle, diesen Payment Provider. Und mit dem hatte ich ein Gespräch und der hat mir gesagt, ja, ihr habt das genauso gefühlt. 200 Millionen Dollar verkauft und dann hat der das Erste, wo er sein total durchgedrehter Kopf in dem Moment gedacht hat war, uh, jetzt muss ich genau dasselbe oder noch größer bauen, um den Leuten zu zeigen, dass das nicht nur so eine Ausnahmesituation war. Das musst du dir mal überlegen. Du verkaufst ein Unternehmen für 200 Millionen. Das ist mehr als, was weiß ich, 99, 95 Prozent aller Gründer jemals ihre Unternehmen verkaufen. Und das ist ja schon ein minimaler Teil der Leute, die überhaupt da hinkommen. Und da hat er immer noch das Gefühl gehabt, uh, das ist jetzt aber, das kann ja nur Zufall gewesen sein. Habe Glück gehabt. Also, total absurd. Und das findest du auf jeder Ebene, findest du dieses Imposter-Syndrom, dieses Gefühl, dass du ja nur so ein Darsteller bist, der es gar nicht so echt sein kann. Hochstapler-Syndrom ist vielleicht die Übersetzung hier. Das hast du vor dem Verkauf, das hast du nach dem Verkauf, während des Verkaufs des Unternehmens, immer. Und das Loch, das saugt dich da rein. Das saugt dich in dieses Gefühl rein, weil du halt nicht weißt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich hatte das große Glück und ich komme gleich zum Schluss, dass ich schon während dieses Burnout-Prozesses, den ich bei mir bemerkt habe, angefangen habe zu schreiben. Das ist so eine Art Kathasis an der Stelle. Ich habe angefangen zu sagen, ah, meine Probleme sind so scheiße und ah, ich komme nicht klar. Ich habe das halt irgendwie rausgeschrieben. Um es zu verarbeiten. Um es zu verarbeiten. Genau. Und das hat mir sehr geholfen, weil es ist ja relativ bekannt, dass sobald du irgendwas schreibst, also das tatsächlich von Kopf in die Hand externalisierst, der Kopf denkt, okay, jetzt ist es woanders. Da muss es nicht mehr im Kopf sein. Das ist ja, warum dieses Journaling, das Tagebuchschreiben am Morgen so unglaublich erfolgreich ist. Zu der Zeit habe ich damit angefangen, jeden Morgen tatsächlich drei DIN-A4-Seiten einfach nur das zu schreiben, was mir in den Sinn kommt. Einfach wirklich, ohne drüber nachzudenken, ob es grammatikalisch oder inhaltlich irgendwie richtig ist, einfach rausschreiben und dann nie wieder angucken. Das hat mir so krass geholfen, weil du halt diese gesamten Probleme, die dein Kopf sich über Nacht ausdenkt, einfach mal aufs Blatt bringst und damit dein Kopf überlistest, weil der denkt, oh, jetzt habe ich es dem aber richtig gezeigt. Jetzt bin ich fertig damit. Und dann hast du das weg, schmeißt du weg den Mist und dein Kopf ist, ja, alles raus. Und dann kannst du halt tatsächlich mit deinem Tag anfangen und produktiv arbeiten. Hat mir sehr gut geholfen. Und das Schreiben hat mir Spaß gemacht. Und nachdem wir dann aus dem Urlaub wiedergekommen sind, habe ich gesagt, naja, bevor du jetzt irgendwie ein neues Software-as-a-Service-Unternehmen probierst, schreib doch erstmal deine Erlebnisse auf, von was du jetzt über die letzten zwei Jahre erlebt hast. Und ich habe im November 2019 angefangen und bis heute nicht aufgehört. Ich habe viel erlebt. Also da ist halt immer noch irgendwas, wo man drüber reden kann. Eine letzte Frage zum Abschluss von Feedback Panda. Normalerweise ist es ja so, bei einem Verkauf, dass du eine gewisse Zeit noch, also entweder hast du so eine Period, ein Jahr oder sechs Monate, wo du noch zur Verfügung stehen musst. Dann kriegst du nochmal eine Bonus, ein Bonus-Payment oder sowas. Oder du musst eben die Nachfolger einlernen. Das scheint relativ schnell gegangen zu sein. Somit hast du auch dieses abruptere Ende gehabt, oder? Wie war das? Naja, also wir hatten auch so eine Phase. Also ich darf jetzt nicht explizit Monate oder sowas nennen, aber es ging doch relativ schnell, weil wir waren ja nur wirklich in den Prozess der Person finden involviert. Das eigentliche Training, das war gar nicht mehr so, da waren wir, ich habe vielleicht mit meinem Nachfolger da, mit dem ich immer noch in Twitter in gutem Kontakt stehe, also der Entwickler, der mich ersetzt hat, der jetzt auch sein eigenes Ding macht, was mich sehr erfreut natürlich, dass ich jemanden jetzt noch ein bisschen motivieren konnte, zum Solopreneur zu werden, selber zu gründen. Mit dem habe ich irgendwie eine Woche oder so ab und an über Slack kommuniziert. Das Ding ist, ich habe, ich weiß nicht, ob das so eine Art Vorbereitungswahn war meinerseits, aber ich dachte mir, weißt du was, du verkaufst eigentlich nur einmal im Leben ein Unternehmen, kannst du auch gleich richtig machen. Und da habe ich dann mich meine Webcam angeschaltet, auf Aufnehmen gedrückt und habe zehn Stunden lang einfach jede einzelne Zeile unserer Codebase durchgegangen und habe die erklärt. Wenn er einfach gesagt hat, so, ich mache jetzt mal ein komplettes Walkthrough durch unseren gesamten Quellcode für den Typen oder die Frau, die mich ersetzt. Und wenn die eine Frage haben, zeige ich denen das Video, dann muss ich nicht mit denen reden. So, habe ich also lieber die zehn Stunden investiert, als potenziell immer verfügbar zu sein. Und dieses Video hat dieser Person halt enorm geholfen, das gesamte, einmal durch, der hat den ersten Tag seiner Arbeit mit Videokucken verbracht. Und danach war der eingelernt in die Code-Plattform. Fertig. Das ist eine gute Idee. Und damit musste ich das nicht mehr machen. Und ähnlich hatten wir das mit allen anderen Prozessen auch gemacht. Unser Customer Service haben wir in ein Google-Dokument ausgelagert. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, SOPs, also Standard Operating Procedures zu schreiben, für alle möglichen Sachen. Weil ich gemerkt habe, je mehr du einen Prozess irgendwie klar definierst, desto einfacher ist der, wenn du ihn wiederholen musst und desto fehlerfreier wiederholst du den. Wenn du halt genau diese sieben Schritte ist ein Deployment-Prozess. Wenn du das einmal klar mit einer Checkbox irgendwie hinschreibst, ja, dann machst du halt bei Schrift 4 nicht so viele Fehler, weil es ja alles klar dasteht. Und das mache ich jetzt mittlerweile in meinem eigenen Unternehmen selber für mich. Also ich habe einen Release-Prozess für meine Artikel, die ich schreibe oder für meinen Podcast oder so. Da habe ich Schritt, 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 fertig und dann geht er raus und dann ist auch nichts dem Zufall überlassen. Und das haben wir für das ganze Unternehmen gemacht, für alle Prozesse intern. Wie gebe ich unserem Steuerberater die Dokumente? Wie halt auch extern, wie kommuniziere ich mit einem Kunden, dass wir den halt jetzt nicht refunden können, weil der das Produkt genutzt hat für 10 Monate und gerne jetzt sein Geld zurück will. Also all diese Sachen haben wir irgendwie klar spezifiziert. Und wenn du sowas klar spezifizierst, dann drückst du das einfach jemand anderen in die Hand. Also es ist vielleicht ein bisschen simplifiziert zu sagen, aber die Übergabe unseres Unternehmens war ein Passwort. Und zwar das Passwort zu dem Passwortwort, also dem One-Passwort Gesamtsafe, wo alle unsere Unternehmens-Passwörter und Logins drin waren und halt auch diese Standard-Operating-Procedures und die Links zum Video. Wir haben nur ein Passwort übergeben und die haben uns die Kohle überwiesen. So ist das gelaufen. Das war auch, wir waren dann tatsächlich noch verfügbar für ein paar Monate, aber die Verfügbarkeit wurde glaube ich qualifiziert mit innerhalb eines Arbeitstages wird geantwortet. Das war so die Verfügbarkeit, was natürlich bedeutet, wir waren im Urlaub. Das wirst du machen. Guckst du einmal am Tag aufs Handy. Ja, war eine gute Zeit. Also das war natürlich auch weit Schluss with Capital. Die hatten, wir waren glaube ich deren 32. Unternehmenseinkauf. Die haben wahnsinnig viele andere Unternehmen schon vorher eingekauft und weiter aufgebaut. Die haben ein globales Team gehabt, wo immer jemand da war für alles Mögliche. Die waren halt so erfahren darin, Unternehmen wie unseres weiter zu betreiben. Die mussten uns nicht fragen. Die wussten schon aus Unternehmen 15 genau, wie man welches Problem löst. Wir waren jetzt nichts Besonderes in dem Fall. Das ist eigentlich ganz gut so. Super. Okay. Wahnsinnige Geschichte. Dann hast du das erste Buch geschrieben From Zero to Sold. Du hast im November angefangen und wann hast du das dann released? Wie lange hast du geschrieben? Lief dir das so lommerflockig runter, weil es alles noch im Kopf war? Oder war das dann von Coding und Support Guy zu Ich schreibe jetzt hier ein Buch? Ist ja auch schon noch ein Wechsel vom Fokus her. Ja. Es ist relativ überraschend gekommen. Also es ist vor allem für mich überraschend gekommen. Es war eine ganz spannende Geschichte. Ich habe mit dem Blog angefangen. Ich habe tatsächlich gesagt, ich schreibe jetzt Artikel über die Themen, die mich interessieren. Und da habe ich während uns Urlaubs, wir waren in der Safari gemacht, schön im Buggy gesessen und Leoparden angeguckt und so. Und schon währenddessen sind mir diese Themen nicht aus dem Kopf gegangen. Die waren halt noch sehr präsent. Und da habe ich halt, als wir dann wieder in der Hütte waren, habe ich ja ab und an halt irgendwie ein kleines Dokument meine Titelideen reingeschrieben. Und als wir dann aus dem Urlaub zurückkamen eine Woche später oder so, hatte ich irgendwie 120 verschiedene Themen, zu denen ich gerne mal was sagen würde. Das war so, weißt du, du gehst dann im Kopf durch, naja, guck mal, an der Stelle haben wir hier die und die Entscheidung getroffen zum Thema, welche Technologie wollen wir verwenden. Und dann an der Stelle haben wir im Customer Service diese Automatisierung eingebaut. Du hast ja diese ganzen verschiedenen Themen, die überall im Unternehmen sind und hast die ganzen verschiedenen Prozesse, die da miteinander, alle ineinander greifen. Da ist jedes einzelne kleine Detail ist an sich ein Thema, über das man sprechen kann. Und wenn man die Liste aufbaut, dann sieht man ja auch Verbindungen zwischen den Themen, die wiederum neue Themen erzeugen. Ich habe die Liste mittlerweile immer noch, das sind mittlerweile über tausend verschiedene Themen. Also ich habe genug Content-Material noch da und das sind nur die Ideen aus der Vergangenheit. Das ist noch nicht mal, was irgendwie morgen oder so noch dazu kommt. Also da ist viel Potenzial und so habe ich den Blog angefangen. Ich habe zehn Artikel geschrieben, dann habe ich die alle gleichzeitig released, damit der Blog ein bisschen voll ist. Und das war halt zum Thema, wie man, ich glaube der erste Artikel, den ich geschrieben habe, war Scale your support without scaling your anxiety. War also auch so ein Mental Health Topic mit dabei. Mentale Gesundheit war schon von Anfang an ein Thema, das sehr wichtig war, weil ich halt gerade mitten aus dem Burnout kam. Aber dann waren halt auch Themen wie, wie haben wir unseren Markt, unsere Kunden gefunden oder wie haben wir, welche Technologie haben wir ausgewählt? All diese Themen waren die ersten zehn Artikel. Da habe ich einfach rausgehauen und ich war auf Twitter, zu der Zeit hatte ich 400 Follower. mir mühsam zusammengeklaubt in, sagen wir mal, ja, wären wohl zehn Jahre oder acht Jahre Twitter-Anwesenheit gewesen sein. Das waren irgendwie so Freunde und Bekannte, die man sich so auf dem Weg so zusammengesammelt hatte. Ich hatte aber das große Glück, dass irgendwie ein paar Monate nach unserem Unternehmensverkauf in Dubrovnik in Kroatien die MicroConf Europe-Konferenz war. Da waren also, die MicroConf ist unter den Solopreneuren und Indie-Hackers eine sehr renommierte Konferenz. Die ist also wirklich Micro. Da geht es um kleine Unternehmen, die aber B2B SaaS, also Software as a Service im Unternehmensbereich sind. Genau die richtige Schnittmenge eigentlich für die Leute, denen ich jetzt erklären kann, wie wir unser Unternehmen aufgebaut haben. Kleines, selbstfinanziertes Unternehmen. Aber im Endeffekt waren wir auch B2B, weil wir ja an Einzelunternehmer weiterverkauft haben. Und zu der Konferenz sind wir gegangen, weil wir hatten ja Zeit. Das war jetzt irgendwie nicht mehr viel zu tun. Haben wir uns gedacht, jetzt gehen wir nochmal hin. Das sind doch die Leute, die wir auf Twitter, denen wir folgen, wo wir denken, Menschen, die haben Ahnung, da füllen wir uns jetzt mal an. Nicht, dass wir es gebraucht hätten, aber wir haben halt gesagt, so da wollen wir in der Community wollen wir ein bisschen unterwegs sein. Und wir hatten das Glück, dass Shrewsworth Capital zu der Zeit ein Sponsor der Konferenz war. Das heißt, die waren so ein bisschen im Bilde, was da so im Hintergrund läuft. Und die haben gesagt, auf der Konferenz, da haben die Attendee Talks. Da können also Leute, die da hingehen, für zehn Minuten auf der Bühne stehen und mal was erzählen. Pitch den doch einfach mal, wie ihr unser Unternehmen aufgebaut habt, damit es verkaufbar wird. Und das haben wir gepitcht und dann haben die Leute, die sich der Konferenz dann sich vorangemeldet haben, da gevotet. Und unser Talk war einer von denen, der die Leute interessiert hat. Ist jetzt nicht überraschend, viele der Leute, die da hingehen, sind Gründer, die gerne irgendwie Unternehmen aufbauen würden, um sie dann später zu verkaufen, so wie wir. Da haben wir uns einen kleinen Talk ausgedacht, der kam sehr gut an. Also da haben Daniel und ich jeweils fünf Minuten über unsere Methoden geredet, wie wir automatisiert haben, wie wir die Prozesse aufgebaut haben, wie wir das Unternehmen verkaufbar von Anfang an strukturiert haben, all so ein Zeug. Der wurde aufgenommen und der war als Video auf YouTube. Und damit hatte ich sofort Proof of Credibility. Damit war sofort klar, der Typ hat sein Unternehmen für Millionen verkauft, der scheint zu wissen, was er gemacht hat, dem hören wir jetzt mal zu. Und das hat mir auf Twitter sehr geholfen, diese anfangs, diese kritische Masse, wenn man so schön sagt, von Zuhörern zu finden, weil ich hatte halt Credibility direkt dahinter. Es gab ein Video, wo ich auf einer Konferenz von was erzählt habe und die Leute haben mich nicht mit Tomaten beworfen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und so hat der Blog gewissermaßen angefangen, wo ich dann wirklich jede Woche ein neues Thema mir genommen habe, dazu geschrieben habe und nach, es wären wohl so 20 Wochen, ja halt 20 Artikel, also 10 Wochen, so im Januar, Februar rum, hat irgendjemand auf Twitter gesagt, ja du Mensch, was du hier schreibst, das gehört irgendwie alles zusammen. Ich würde das gerne, also ein Buch würde ich das gerne lesen. Und diese Person war Andrew Gostecki, der Typ hinter Micro Acquire. Micro Acquire ist eine Plattform, wo du Unternehmen, die kleine Software und Service Unternehmen verkaufen kannst, an Leute, die die gerne weiter größer aufbauen wollen. Das ist also so eine, wie Empire Flippers oder so ein Unternehmen verkaufen kann. Und Andrew zu der Zeit hat ja auch Micro Acquire gerade aufgebaut, aber der war halt damals schon, war ich mit dem auf Twitter unterwegs und er hat gesagt, du, wenn du das als Buch rausbringst, kaufe ich mir das. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn Leute mir jetzt schon sagen, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr schreibe, die dann ein Buch davon kaufen, dann ist das sowohl Motivation, irgendwann ein Produkt zu haben, was ja ganz schön ist, weil jeder Gründer will was verkaufen. Auch wenn du genug Geld hast, willst du halt immer noch eine Art Validierung von dem, was du gerade machst, haben, dass Leute sagen, ja, das ist jetzt Geld wert. Und auf der anderen Seite hatte ich damit genau das Ziel oder das Bewusstsein, was ich schreiben soll. Der Rest, der Rest der Sachen, den ich noch nicht beschrieben habe, der muss jetzt geschrieben werden. Da habe ich die andere Hälfte vom Buch, die erste Hälfte war ja schon im Blog, auch noch geschrieben, zusammen konsolidiert, mir einen Copy Editor und einen Proofreader besorgt auf so einer Freelancer-Plattform, nennt sich Readsy, R-E-E-D-S-Y, die kennt man im englischsprachlichen Raum sehr gut, weiß nicht, ob das auch auf Deutsch existiert, aber da kriegst du halt sehr professionelle Lektoren und so zusammen und die haben mir das Buch gewissermaßen. Da legst du dein Dokument hoch und die kommentieren dir grammatikalische Fehler und solche Sachen. Du schmeißt das Wortdokument da rein und die, also ich habe mein Wortdokument hochgeladen und dann kam von dem Copy Editor 3600 Korrekturen zurück. Das waren natürlich auch von 120.000 Wörtern, die ich geschrieben habe, 600 Seiten, hat die erst mal 100 Seiten rausgekürzt, also 20.000 Wörter weggeschmissen und der Rest hatte dann noch mal knapp 4000 oder so Korrekturen. Dann habe ich das korrigiert, dann habe ich das dem Proofreader gegeben und die Proofreaderin hat dann auch noch mal 2000 Korrekturen zurückgeworfen. Dann habe ich das nochmal korrigiert, noch mal zurückgegeben und dann war das fertig. Dann war das Buch da und dann habe ich das auf Amazon KDP hochgeladen, also ich veröffentliche das selbst, publiziere das selbst als PDF, als EPUB, KDP halt, über Kindle und als Hardcover und Softcover Buch überall, wo Amazon existiert. Also veröffentliche das ganze Ding in der Fahne selbst. das Print-on-Demand-System. Was sehr, sehr interessant ist. Das ist jetzt für ein dickes Buch nicht unbedingt profitabel. Also wenn man, obwohl das natürlich immer noch schön ist, sein Buch irgendwo auf einem Buchbücherschrank von jemand anderem zu sehen, irgendwie verdiene ich da vier Dollar oder so pro Buch, was da verkauft wird. Aber so ist es halt, wenn Amazon die Preise bestimmt. Hast du nicht viel zu sagen als Kreativer. Aber ja, seitdem habe ich das Buch da am Start und ein Jahr später habe ich dann mein zweites Buch geschrieben, weil ich Feedback bekommen habe zum ersten und da mir viele Leute gesagt haben, an der Stelle wüsste ich gerne mehr und das war dann halt tatsächlich diese Anfangsstelle, wie finde ich meine Idee, wie finde ich raus, ob der Markt für mich existiert und wie kann ich das mit den Leuten, denen ich später helfen will, gemeinsam aufbauen. Da ist The Embedded Entrepreneur draus geworden, mein zweites Buch und das war 2021 und seitdem schreibe ich auf meinen Blog weiter, habe Podcast angefangen, habe jetzt mittlerweile, angefangen ist gut, bin bei Episode 180 oder so, einfach jede Woche. Mittlerweile auch mit Interviews von Leuten wie Patrick Campbell und Andrew Gostecki war auch schon da, also mit Leuten aus der Szene, wo ich sehr viel Freude hatte. Ich denke, Sahil heißt der, glaube ich. Ja, das war auch eine sehr, sehr spannende Möglichkeit für mich da an der Stelle, mal direkt in der Realität, die gerade passiert, mit einem Podcast zu arbeiten. Das war ganz spannend, hatte ich noch nie, dass ich so eine Art semi-journalistische Aktivität gemacht habe, weil Gumroad hat die Preise erhöht, irgendwie von 5% im Monat auf 10% ihre Preise hochgezogen, was natürlich in der Creator-Ökonomie fundamental ist, du plötzlich jetzt nur noch irgendwie wesentlich weniger verdienst und da habe ich mit Sahil drüber gesprochen, warum das so passiert ist und ihm auch ein paar, ich will mal hoffen, unbequeme Fragen gestellt, aus der Perspektive einer Person, die selber auf Gumroad auch Bücher verkauft und mein Twitter-Kurs ist da auch unterwegs. Also das war ein spannendes Gespräch, was dann auch in dem Meta-Gespräch in der Community geholfen hat, seine Position ein bisschen näher an die Position der Industrie selber ranzurücken. Dass die Leute auch mehr verstanden haben, ja, wo kommt denn jetzt das her? Das war jetzt nicht nur, ja, wir wollen mehr Geld verdienen, sondern die werden wir das jetzt nicht machen, sind wir weg und dann kann keiner mehr seine Sachen verkaufen über Gumroad. Das war eine sehr spannende Sache. Ja, und die Möglichkeit habe ich jetzt. Ich habe jetzt mittlerweile halt auch das Following, wie man so schön sagt, auf Twitter, um ein bisschen einen Blick und auch Einfluss in die Community zu haben. Und seitdem verbringe ich eigentlich meine Zeit hier in meinem kleinen, gemütlichen Haus in Kanada, damit mit Leuten zu reden, mit denen ich immer schon mal reden wollte, die Gespräche aufzuzeichnen, mir dann während der Aufzeichnung des Gesprächs ein Thema auszudenken, was ich am Freitag darauf als eigenen Blogpost schreibe und dann den Blogpost selber nochmal in ein YouTube-Video und eine Podcast-Episode um zu konvertieren. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Ich rede mit coolen Leuten, komme dabei auf Ideen und das ist dann wiederum mein Newsletter, so ein bisschen. Das ist ein spannendes Leben. Lass nochmal kurz zum zweiten Buch zurückgehen, weil das war damals, also ich glaube damals bin ich nochmal ein bisschen intensiver dann digital mit dir in Kontakt gekommen, weil das hast du ja auch komplett in Public geschrieben. Du hast auch den Titel, glaube ich, vom Buch geändert, während du es geschrieben hast. Du hast Inhaltsverzeichnis rausgehauen, dann Kommentare dir geholt, wo soll ich weiter reingehen. Das war ein faszinierender Einblick. Kannst du mal vielleicht erzählen, jetzt haben wir schon die Historie dazu gehört, aber das nochmal bei einem Buch zu machen ist ja, da will ja vielleicht jeder was anderes haben. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Also vielleicht ist es noch ein bisschen untertrieben, da will jeder was ganz anderes haben. Also ich hatte so ein bisschen die Idee, das Thema des Buches war ursprünglich Audience first. Das war auch der Titel, mit dem ich da anfangen wollte. Audience first als Konzept, weil ich mir dachte, Mensch, die meisten Leute machen so Idea first, Product first. Wenn du siehst, die ganzen Entwickler, die ja eigenen Unternehmen bauen, die basteln erstmal das Ding und dann versuchen sie irgendwo jemanden zu finden, der das kauft. Und das ist meistens ein bisschen traurig. Das ist halt der Heuballen, der dann so durch das Bild rollt. Da passiert nicht viel. Audience first sieht ganz anders aus. Wenn du anfängst, mit wem hilft denn das? Und wo sind die denn? Und was haben die denn für Probleme? Dann kommst du auf deine Idee als Konsequenz dieser Arbeit, nicht als das, was du von vornherein schon willst. Du kommst nicht auf die Idee, ich baue jetzt das Produkt XY, sondern du gehst in die Community XY und hörst denen dann zu und kriegst erstmal mit, ja, die haben die Probleme, die haben irgendwie zu viel Zeit darauf investiert, kann ich denn was bauen, was denen hier hilft und wie kann ich das mit denen machen? Das war die Idee hinter dem Buch. Und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe ein Buch Audience first zu diesem Thema. Und da kam erst mal auf Twitter gleich so ein Schlag ins Gesicht zurück, ja, Audience first bedeutet ganz was anderes, Freundchen. So war so ein bisschen die Antwort, die ich da gekriegt habe. Und anstelle zu sagen, ja, du mich auch, habe ich mir gedacht, ja, da hast du recht. Also, wenn ich schon konzeptionell so rangehe, dass die Gruppe von Leuten, denen ich helfen will, besser weiß, was ihre Probleme sind, dann wissen die auch besser, wie ich mit denen kommunizieren soll. Und anstelle ein Buch zu schreiben, was einen Titel hat, was anderes bedeutet, als was die denken, ja, dann ändere ich halt meinen Titel. Und da kam ich auf die Idee, ja, das kann ich doch mit dem ganzen Buch machen. Ich kann da jetzt, ich kann doch den Draft schreiben, also die erste Version, und dann Leute einladen, um mir zu sagen, ja, ist das denn was, was dir hilft? Anstelle zu sagen, ja, ich schreibe jetzt ein Buch für euch, das wird euch garantiert helfen, kauft mal. Habe ich gesagt, ja, ich schreibe ein Buch für euch und für ein paar hundert von euch gibt es das Buch kostenlos, wenn ihr mir sagt, ob das euch hilft oder nicht. Das war die Idee. Und dann habe ich Rob Fitzpatrick gefunden, den Autor von The Mom Test, was im Übrigen ein sehr wichtiges Buch ist für jeden Unternehmer, der mit seinen Kunden reden will, auf eine Art, die halt nicht so ist, wie wenn du mit deiner Mama redest. Wenn du sagst, Mama, ich habe eine geile Idee, dann sagt Mama, ja, Junge, super, mach mal, ne, tolle Idee, würde ich kaufen. Natürlich kauft Mama nicht und Mama hat ja auch keine Ahnung. Es ist nichts Schlimmes, es ist halt einfach nur, sie unterstützt dich, weil Mama. Und The Mom Test ist die Idee, das willst du vermeiden. Du willst vermeiden, dass du mit den Leuten so redest, dass die dir gewissermaßen nach dem Maul reden oder die wollen dir irgendwie helfen. Nee, du willst knallharte Fakten haben. Und der hat ein Buch geschrieben zu dem Thema und das hat Rob Fitzpatrick auch schon mit ein paar Alpha- und Beta-Readern geschrieben damals. Also das Buch ist zehn, zwölf Jahre alt. Und in dem Prozess hat er festgestellt, ja, dafür fehlt doch vollständig Tooling. Es gibt überhaupt keine Tools, mit denen man von ein paar Dutzend Leuten gut Feedback einholen könnte. Und wie man halt als Gründer so ist, da baut man es halt irgendwie selber. Und das hat er auch gemacht, hat ein Tool gebaut, nennt sich helpthisbook.com und hat mich dazu eingeladen, weil ich mit ihm, weil wir beide erfolgreich, würde ich mal sagen, Schriftsteller in dem Genre waren, sind wir in Kontakt gekommen und hat gesagt, hier, guck mal, wenn du noch was schreibst nach meinem ersten Buch, guck mal hier, das könnte dir vielleicht helfen. Er hat selber damit sein nächstes Buch auch geschrieben. Ja, und dann habe ich 500 Leute eingeladen und hatte sehr viel Freude mit denen. Das war ganz, ganz fantastisch. Also, die Idee, mit 500 Leuten ein Beta-Reading zu machen, ich empfehle es jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, 100 reichen aus, aber wenn dann mit Vollgas voraus, war so ein bisschen meine Perspektive da. Und das Tool ist ziemlich cool. Jeder, der sich da einloggt, kann irgendwas markieren und dazu was schreiben. Und je mehr Leute eine bestimmte Passage markieren, desto deutlicher wird das gezeigt. Das heißt, egal was die schreiben und oft genug habe ich einfach komplett ignoriert, was Leute an Meinungen hatten, weil 500 Leute haben 580 Meinungen am Ende. Selbst eine Person hat verschiedene Meinungen innerhalb eines Durchlesens des ganzen Dings. Aber die Häufung von bestimmten Emotionen an bestimmten Teilen des Textes, die war sehr interessant zu sehen. Wenn Leute, wenn von den 500 Leuten 300 gesagt haben, this part is confusing, naja, dann sind, da ist das halt ein nicht allzu deutlicher Part im Buch, den man nochmal überarbeiten sollte. Und den habe ich halt überarbeitet und dann waren im nächsten Durchlauf weniger, die da gesagt haben, das verstehe ich nicht. Und so ist das gesamte Buch unter Aufsicht derer, die es später mal lesen würden, entstanden und entsprechend gut hat es sich halt auch verkauft. Es hat sich vor allem, also jeder hat es ja umsonst bekommen, während ich es geschrieben habe und trotzdem haben die Leute das nochmal gekauft, weil es immer nett war. Und dann haben die es halt ihren Leuten empfohlen, erstens, weil es ein gutes Buch war, weil sie es ja selber mitgeschrieben haben, sie waren ja investiert und zweitens, weil ihr Name im Abspann stand. Also da steckt halt ziemlich viel Miteinanderarbeiten drin. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht, das zu schreiben, war einfach ein echt spannendes Produkt und Projekt. Aber generell immer eine gute Idee, mit Leuten gleichzeitig am Produkt zu arbeiten. Das Feedback, das kann schneller und besser nicht kommen, als wenn man sie im Arbeitsprozess selber in das Produkt involviert. Hast du das zweite Buch dann deutlich länger gebraucht wie das erste aufgrund der Vielzahl an Feedback-Loops und der Crowd-Sourcing-Kampagne, sag ich jetzt mal, oder Crowd, wie nennt man das dann beim Buch? Building in Public, Writing in Public-Kampagne, hat es länger gedauert? Also lass mal kurz die Zeitlinie rückrechnen. Ich glaube, für das erste Buch für Zero to Sold und ich glaube, das ist auch dreimal so lang wie das zweite Buch. Ich habe wesentlich weniger geschrieben und wesentlich kondensierter im Zweiten. Aber für Zero to Sold habe ich von Februar bis Ende Mai oder so, also dreieinhalb Monate gebraucht, um das komplett zu schreiben. Das ist minus die Zeit, die ich vorher investiert habe oder plus die Zeit, die ich vorher in den Blog investiert habe. Also vielleicht drei, vier Monate alles zusammen in Arbeitsaufwand plus Wartezeit für die Lektoren und so wird das so vier, fünf Monate gewesen sein. Die Embedded Entrepreneur habe ich vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Januar 2021 geschrieben. Also der Draft, die erste Version, die war genau einen Monat und dann ging es sofort raus über drei Monate Überarbeitungsphase an die Beta und die Alpha Reader da. Das heißt, ich habe eigentlich genauso lange gebraucht. Ich habe bloß wesentlich mehr Zeit mit Feedback und Korrigieren verwendet als bei dem anderen. Hast du bei dem zweiten dann trotzdem noch mal die Plattform benutzt mit, wie hieß sie, Read, um nochmal professionell Lectoring drüber zu machen? Das habe ich genauso wie beim ersten wirklich fast dieselben Leute. Ich glaube, tatsächlich exakt dieselben Leute noch mal eingesetzt, weil die das erste Buch schon gut gemacht haben. Da habe ich mir gedacht, die hire ich noch mal fürs zweite und das ging dann relativ schnell, weil die wussten dann halt auch schon, wie sie mit mir gut kommunizieren. Wie das halt ist, wenn man ein Team aufbaut. Irgendwann fließt das ein bisschen besser. Das ging dann recht schnell und dann war mir auch klar, wenn das zurückkommt, wird das sofort released. Und so ist es dann auch gelaufen. Und den Twitter-Kurs Find Your Following, hast du denn zwischen den ersten und zwei ein Buch gemacht oder danach? Der kam danach, weil ich mir gesagt habe, so, ich mache jetzt jedes Jahr eine Sache. Also ich weiß nicht, warum. Man baut sich ja so eine Gehirnbrücke, manchmal. Wenn du keinen Boss mehr hast, dann musst du dir irgendjemand sagen, was du zu tun hast. Und das bist ja oft du selbst, also oft du selber an der Stelle, da musst du dir halt selber irgendwelche Konzepte erarbeiten. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das erste Buch hat mich jetzt ein Jahr gekostet, das zweite war ich gerade am Schreiben, da habe ich gesagt, ja, das macht voll Spaß, jetzt machst du jedes Jahr eine Sache. Ja, und 2022 war dann halt Find Your Following, da war die Idee, jetzt schreibe ich mein drittes Buch, war am Anfang die Idee, da habe ich mir gedacht, nee, nee, das ist wahrscheinlich wesentlich besser, wenn man das ein bisschen visueller und auch ein bisschen narrativer macht, wo man den Leuten gut Beispiele bringen kann, wo man eine Geschichte erzählt. Und im Twitter-Kurs, da geht es ja darum, wie man Beziehungen, wie man Authentizität ausstrahlen kann, zumindest in dem, was ich da mache, geht es darum, wie man authentisch bleiben kann und trotzdem halt eine große Menge von Leuten um sich herum versammelt, das ist so ein bisschen die Idee. Und da dachte ich mir, das ist viel zu abstrakt, wenn du das im Buch machst. Das musst du kommunizieren, da musst du verbal und auch visuell präsent sein, um Leuten zu zeigen, hier muss die Energie hin. Und deswegen habe ich das als Videokurs gemacht, war auch ein bisschen fast schon Ausrede dafür, mir teures Equipment zu besorgen. Ich bin dann eine gute Kamera und ein Teleprompter und Licht und so. Also das sieht man jetzt vielleicht nicht, weil ich in einem Interimsbüro bin. Wir richten gerade unseren Keller vor, wo mein Studio drin war und wo mein Studio auch wieder reingeht. Ich bin jetzt in den heiligen Hallen meiner Freundin in ihrem eigenen Büro. Deswegen ist da auch Kunst und so mit drin. Das wäre in meinem Büro ein bisschen anders, aber da habe ich mir halt mit Greenscreen und all so einem Zeug richtig was ausgegeben, um mir ein schönes Studio zu basteln. Und da hat der Kurs natürlich umso mehr Spaß gemacht, weil man so ein bisschen spielen kann. Das ist für Techniker immer so ein Ding. Ja, und der ist dann halt auch, ich glaube, ich habe einen Monat geschrieben und das ganze Ding an einem Tag aufgenommen. Am Stück. Alle vier Stunden, 20 Minuten, schön am Stück. Danach, wenn du am Anfang meine Stimme hörst und am Ende meine Stimme hörst, die sind ganz latent, ein bisschen heiser an der Stelle, aber hat halt mega Spaß gemacht. Also das war mein Projekt für 2022 und jetzt in 2023 kommt dann halt wahrscheinlich irgendwann das nächste. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber jetzt sind mir noch zwei dazwischen eingefallen. Was hat Daniel in der Zwischenzeit gemacht oder was macht sie jetzt heute? Also Daniel ist jetzt wieder in der Musik. Sie ist ja Opernsängerin gewesen und hat in der Zwischenzeit auch versucht, so ein paar kleine Projekte zu machen und auch sich mehr ein bisschen selber zu finden. Das war tatsächlich für uns beide relativ schwierig, diesen Schritt, was mache ich als nächstes, zu gehen. Sie ist jetzt in der Produktion tätig, also als Producer in der Musik. Sie ist jetzt in der künstlerischen und technischen Musikwelt unterwegs. Nicht mehr als Sänger, sondern als jemand, der Musik tatsächlich produziert. Wie man halt Leute an diesen Mischpulten und so sieht. Also sie ist Audio-Ingenieur. Das ist so ihre Welt, in der sie jetzt unterwegs ist. Was schön ist, weil es gibt ja nichts Lustigeres eigentlich, als so ein bisschen zufällig Gründer zu werden, wie es bei ihr war. Aus der Notwendigkeit heraus ein Problem lösen, ein paar Millionen einfahren und dann halt zurück in die Musik. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Also hat Kadir gut getan und wir sitzen halt auch in unserem eigenen Haus in Kanada. Also da ist eigenes, vieles Gutes passiert darum, um diese Geschichte. Man spürt es. Jetzt reden wir eine Stunde. Man spürt es auf jeden Fall, dass es euch gut getan hat. Du hast zwischendurch noch was anderes gemacht. Da fällt es dir wahrscheinlich selber gar nicht mehr ein, oder? Das Thema Permanent Link. Das hast du, glaube ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Buch gemacht. Das ist auch noch online. Habe ich vorhin kurz gecheckt. Ja, na klar. Das ist ja permanent. Also die Idee war, als ich das erste Buch rausgehauen habe, rausgehauen, als ich das auf Twitter angepriesen habe und dann auf KDP verkauft habe, es ist ja Non-Fiction. Und Non-Fiction, da sind ja Links drin. Da geht es ja, will man ja irgendwo hin verlinken. Und nach ein paar Tagen hat mir Amazon mitgeteilt, einer der Links aus deinem Buch geht nicht mehr. Da dachte ich mir, das ist ja irgendwie ein bisschen ärgerlich. Muss ich jetzt ein neues Buch hochladen oder was? Und tatsächlich musste ich einen korrigierten Link in die Buchdatei, die wieder rausrendern, also die Druckvorlage neu erstellen und die EPUB-Datei neu hochladen, damit mir Amazon sagt, ja, alles wieder gut, jetzt können wir es wieder verkaufen. Also es ist tatsächlich so, dass Amazon, wenn da ein Link nicht geht in deinem Buch, was du selbst vertreibst über deren Plattformen, die das weniger anpreisen, weil es halt qualitativ minderwertig ist. Und das ist für jemanden, der seine Bücher selber verkauft, natürlich hochkritisch, wenn das dann nicht auftaucht. Da habe ich gedacht, ja, da muss ich eine Lösung finden. Und mir war es ein bisschen zu blöd, mit Bitly oder so einem anderen URL-Shortener zu arbeiten. Da dachte ich mir, na, wie wäre es denn, wenn es einen Service gäbe, wo ich auf meiner eigenen Domänen Links anlegen könnte, die immer funktionieren. Selbst wenn das Ziel des Links irgendwann nicht mehr geht, wenn irgendein Blogpost, weiß wie ich, jemand geht von WordPress auf Ghost und irgendwie funktionieren dann die URLs nicht mehr, aber es ist irgendwo anders. Wie wäre es denn, wenn ich einen Link habe, der halt das Ziel tauschen kann, der woanders hin verlinken kann? Oder, wenn der Link nicht funktioniert, automatisch auf die Version, die beim Webarchive, bei der Back... Wie ist das? Diese History... Boah, ist das lächerlich. Ich soll das eigentlich wissen. Wayback Machine, so heißt das Ding. Also diese alten Versionen von Websites in der Vergangenheit speichert, diese Snapshots. Wenn das automatisch zu dem letzten bekannten Snapshot hin verlinkt, sobald der Link nicht mehr geht, und das ist permanent Link, habe ich gebaut, irgendwie innerhalb von zwei Wochen, wie immer, ja, kurz gebaut, selbe Plattform, wieder Elixier, genau das Gleiche, so schnell wie möglich, habe ich irgendwo hingestellt und bin jetzt mein eigener Kunde und aus irgendwelchen Gründen habe ich andere Kunden. Ich mache da nicht viel Marketing. Ein paar Leute haben das gefunden, benutzen das für ihre eigenen Bücher, stellenweise auch Bücher in Millionenauflage, wo ich ordentlich Traffic habe, auf der Plattform. Autoren aus allen möglichen Ecken nutzen das für ihre Links, Marketingleute nutzen das für ihre Links. Das ist ein Software-as-a-Service-Tool, was einfach nur vor sich hinläuft. Ich glaube, ich habe jetzt zum letzten Mal vor acht Monaten Code gepusht. Das Ding ist einfach nur stabil und das finanziert sich selbst. So ein richtig schönes, langsam wachsendes Software-as-a-Service-Projekt. Weißt du? Das ist genau das, was ich ja auch propagiere. Leute, baut Dinger, die einfach von selber laufen, die auch nicht irgendwie, wo man Geld reindrücken muss, damit das geht, sondern die einfach nur abhängig davon, wie viel Marketing man macht und ich mache genau null, deswegen passiert auch nicht viel. Also wachsen oder einfach nur vor sich hinlaufen. Ja, genau. Also ich bin immer noch so ein bisschen Founder nebenher. Jetzt nicht nur irgendwie Teacher oder wie man das nennt, also irgendwie lektorieren will ich jetzt nicht. Also ich will jetzt nicht groß erzählen nur, sondern auch was machen. Aber ich fokussiere natürlich den größten Teil meiner Arbeit auf die Mediengeschichten, den Podcast und die Interviews. Da kriegst du am meisten bei raus. Das hilft den meisten Leuten am stärksten. Aber ich versuche immer noch so einen Fuß in der Software-as-a-Service-Welt zu haben, um die gefühlte Realität nicht ganz zu vergessen. Das ist ein Risiko. Wenn du heute mit Gründern sprichst, die vor 20, 30 Jahren Erfolg hatten, die haben so oft Kontakte die Realität heute verloren, weil sie halt auf ihrer Wolke da vor sich hinschweben. Ihnen sei es gegönnt, aber das verändert natürlich so ein bisschen den Blick auf die Realität. Und ich versuche diesen Blick immer noch ein bisschen zu behalten. Jetzt hast du an deinem Geburtstag vor zwei Wochen, ein, zwei Wochen war es, eine große Bonus-Aktion gemacht. Du hast quasi jeden Content-Piece, den du erstellt hast, ab einem Dollar verkauft. Grandiose Aktion, die 24 Stunden. Jetzt weiß ich gar nicht, hast du am Ende erzählt, wie viel du insgesamt dann eingenommen hast damit? Ja. Und wie viele haben mehr wie den Standard-Dollar bezahlt? Den freiwilligen? Also ich glaube, es waren irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent haben mehr bezahlt. Das waren nicht sehr viele. Okay. Aber das ist bei meiner globalen und vor allem auch in Indien und Südostasien sehr, sehr stark präsenten Follower-Ship. Meine Kundenpotenzialität ist da sehr stark. Und das sind ja auch nicht unbedingt gerade finanzstarke Gegenden. Also da kamen sehr viele Leute, die sich jetzt endlich leisten konnten. Das war auch ein bisschen die Idee dahinter, zugänglich das Ganze zu machen. Insgesamt habe ich, glaube ich, 5.000 Dollar an dem Tag umgesetzt, was natürlich mega krass ist. Also 5.000 Dollar heißt, da haben mindestens 2.500 Leute Dollar investiert oder so. Also da war, es waren, ich glaube, es waren 2.000 irgendwas Kunden. Ich habe da drüber getweetet. Das ist ein Tweet irgendwo mit den Zahlen draußen. Und ja, die Idee war halt tatsächlich, das so ein bisschen wie Bilbo Beutlin aus dem Hobbit zu machen oder aus dem Herr der Ringe, der ja auch an seinem Geburtstag Geschenke gibt, anstelle Geschenke zu empfangen. Habe ich mir gedacht, mache ich an meinem Geburtstag auch, um anderen Leuten zu helfen, später ihre eigenen Freunde zu beschenken. Wenn sie halt entweder selber was aufgebaut haben oder einfach nur was Gutes in meinen Büchern und in meinem Kurs gefunden haben, das andere vielleicht auch wissen sollten. So war so ein bisschen die Idee dahinter. Ist gut gelaufen und hat natürlich immer so auch den spannenden Nebenaspekt, dass ich jetzt meine Newsletter, E-Mail-Liste noch ein bisschen vergrößert habe. Also das läuft ja alles zusammen. Wenn ich jemandem was verkaufe über Gumroad, dann kriege ich da eine E-Mail-Adresse und dann frage ich die, hast du Bock auf mein Newsletter? Und wenn die sagen ja, dann habe ich jemanden auf meiner Liste. Und wenn die sagen nein, dann habe ich halt nicht auf meiner Liste. Aber es ist ja auch okay, hat ja trotzdem vielleicht Interesse, irgendwann später wieder da hinzukommen. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass egal wie viele Follower man auf Instagram oder Twitter oder YouTube oder was weiß ich hat, die einzige stabile Art, den Kontakt zu seinen potenziellen Kunden und seinen existierenden Kunden zu haben, ist, wenn man deren E-Mails hat. Punkt. Nichts anderes ist so stabil wie E-Mails in einer Liste. Eine E-Mail-Liste ist eine Textdatei, die kannst du auf deine Dropbox schmeißen oder ausdrucken. Gott verbiete es. Aber es ist immer noch was, was du besitzt. Twitter-Follower, ich meine, ich habe 96.000 oder so gerade. Aber eigentlich habe ich null, weil die gehören alle Twitter. Wenn Twitter mir morgen sagt, du hast keine Follower, dann habe ich keine Follower. Aber wenn Twitter mir morgen sagt, du hast keine E-Mail-Liste, dann sage ich ja Twitter, dann kannst du gerne dich bitte umdrehen und wieder gehen. Meine Liste habe ich immer noch selber. Und deswegen versuche ich so oft wie möglich und so freundlich wie möglich zur selben Zeit, Leute dazu zu motivieren, meiner E-Mail zu folgen oder ihre E-Mail mir zu geben, damit ich mit ihnen kommunizieren kann. Weil das für mich als Creator die einzig sichere Art ist, wo ich weiß, das gehört mir. Also natürlich gehören mir nicht diese Leute oder deren E-Mails, aber die Option, mit denen zu kommunizieren, wie man das, die Bedingung der Möglichkeit, ist der philosophische Begriff, die gibt es nur dann, wenn ich tatsächlich Erlaubnis habe, diese E-Mail in einer Liste zu führen. Twitter erlaubt mir gar nichts zu exportieren. Ich kann ja Twitter nicht die Follower exportieren. Das geht ja nicht. Und YouTube auch nicht. Du weißt ja oft, selbst auf Amazon, auf KDP, wenn ich da ein Buch verkaufe, ich weiß nicht, an wen ich das verkaufe. Bei Gumroad weiß ich das schon. Und die erlauben mir dann, auch mit denen zu kommunizieren. Das ist mir sehr wichtig. Und da war diese Geburtstagsgeschichte, war halt auch ein Nebeneffekt davon war, dass ich jetzt mit diesen ganzen Leuten, die noch nicht genug Geld haben, um meine Produkte im Vollpreis zu kaufen, aber vielleicht in der Zukunft irgendwann das Budget haben, sowas sich zu leisten, die kann ich jetzt erreichen. Und das springt halt immer so ein bisschen mit. Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein Nehmen ohne Geben geben kann, aber es gibt halt auch kein Geben, ohne das Potenzial zu nehmen in einem ökonomischen System. Es muss halt immer, es ist so ein bisschen so eine Balance, ein Gleichgewicht zwischen den beiden Sachen. Ich versuche es halt nur sehr öffentlich und sehr freundlich zu kommunizieren, aber am Ende, es ist halt immer noch Business. Da wollen wir mal ganz ehrlich sein hier. Verstanden. Konsumierst du denn selber noch Content, wenn du selber so viel produzierst? Also entsteht dann daraus auch die Inspiration für deinen Content? Oder wie gehst du an die Sache ran? Also zwei Sachen. Ja, ich konsumiere noch ziemlich viele Sachen. Ich habe einen Hund. Wir haben eine kleine Labrador-Hündin, die ist jetzt zehn Monate alt und die geht gerne spazieren. Und während wir hier durchs Dorf spazieren mit unserem kleinen Hündchen, habe ich meine Kopfhörer drin, höre mir Podcasts an. Aus der Szene oder Star Trek, was auch sehr wichtig ist. Star Trek Podcast, ohne die wäre das Leben traurig. Und höre mir halt bestimmte Sachen an, einfach um mitzukriegen, was läuft denn hier gerade, worüber reden Leute, was sind Themen, die sie bewegen, wo kann ich mit meinem bestehenden Wissen oder mit den bestehenden Connections, die ich habe, irgendwie helfen. Das kommt daher. Ich bin gerade auch dabei, mir einen Kurs durchzuarbeiten. Wie heißt der denn? Von Kevin, Nachname vergessen, ganz fantastisch. Der nennt sich, glaube ich, Dream YouTube Studio Course. Also wo es darum geht, wie man am besten ein YouTube Studio aufbaut. Da bin ich seit ein paar Tagen dran, um halt bessere Inhalte erzeugen zu können mit dem Studio, was ich mir dann in meinem Keller zukünftig aufbaue. Wie funktionieren Kameras? Wie ist Background? Wo ist Lighting? Wie macht man gut Audio? Ich meine, ich habe hier vernünftiges Mikrofon, ich habe hier allmöglichen Kram stehen an der Stelle, um das schön zu machen, aber man will halt immer noch ein bisschen besser sein, um professioneller zu wirken, um auch den Leuten weniger Anreiz zu geben, woanders hinzugehen. Das ist ja immer ein bisschen die Idee. Also ich konsumiere noch ziemlich viel und meine Inspiration finde ich in diesen Sachen und vor allem eben in den Gesprächen mit den Leuten, die ich führe. Wenn ich jetzt mit, ich editiere ja noch selber, ich mache ja, wenn ich einen Podcast aufgenommen habe, dann kommen die Dateien irgendwie über Riverside dann zurück auf meine Festplatte und dann sind die als Videodateien da und dann mache ich im Endeffekt ein schönes Videopodcast raus. Mache ich mit Descript, das ist eine super App dafür, macht sehr viel Spaß. Und während ich mich durch dieses Video durcharbeite, um halt ein paar Reusperer hier rauszunehmen oder ein paar Wiederholungen rauszuschneiden, da gehe ich ja das Gespräch nochmal im Kopf durch. Und dadurch, dass ich das übers Wochenende oder am Montag mache, das Editieren, habe ich dann am Anfang der Woche meinen Kopf voller Ideen. Und dann nehme ich mir eine und dann schreibe ich da was und am Freitag ist mein Newsletter fertig. Also so läuft das jede Woche. Während des Gesprächs baue ich den Ideenpotenzialraum auf und während des Editierens pflücke ich mir eine raus und dann nach vier Stunden Arbeit wird das Ding geschrieben und dann ist mein Content für die Woche fertig. Das ist so ein bisschen mein Prozess. Wahnsinn. Und die Disziplinen, um das zu tun, wo holst du die her? Ja, eigentlich aus der Gewissheit, wie heißt denn das? Aus der Gewissheit, muss ich jetzt kurz zurück übersetzen, aus der Gewissheit, dass ich damit kein Geld verdienen muss. Das hilft mir ungemein. Also der Unternehmensverkauf und die finanzielle Stabilität davon, die hat so ein Basisfundament gesetzt, die genau das Gegenteil von dieser Basis-Stress-Situation ist, die ich früher hatte. Jetzt ist halt so eine Basis-Serenity, so ein Glückseligkeitsgefühl. Wo ich weiß, wenn es diese Woche scheiße wird, um es ganz ehrlich zu sagen, macht nichts, vielleicht wird es nächste Woche besser. Mein Auskommen hängt nicht dran. Kann mich keiner feuern. Ist ja mein Job. Mache ich ja selber. Und die Tatsache, dass ich mit so vielen coolen Leuten Gespräche führen kann, wie auch jetzt mit dir, das ist richtig schön. Das macht mich glücklich. Auch gerade, weil ich ein introvertierter Mensch bin eigentlich. Sobald wir über so Sachen reden, gehe ich vollkommen aus mir raus. Und das erzeugt bei mir eben diese Serotonin und das ganze Zeug, das macht viel Spaß, das bringt mir Freude und das treibt mich voran, weil ich weiß, je mehr ich davon mache, desto mehr kann ich weiter in der Zukunft machen mit Leuten, wo du nie gedacht hättest, dass ich mit denen mal reden kann. Und andere Leute bekommen da auch diesen kleinen Kick, diesen Motivationskick, selber noch was draus zu machen. Also das kommt ja auch zu mir zurück, wenn ich einen Podcast release, wo mir dann jemand sagt, das habe ich genau jetzt gebraucht. Das ist ja für jemanden wie mich das ultimative Bestätigungsgefühl. Ich habe mir überlegt, ja kannst du machen, vielleicht hilft das jemandem und dann hat es jemandem geholfen. Das gibt mir Feuer für den nächsten Monat. Und deswegen bleibe ich da auch dran. Und ich habe nichts anderes zu tun, ganz ehrlich. Also jenseits von Hund ausführen und im Büro sitzen und YouTube gucken und Twitter den ganzen Tag unterwegs sein, ist das ja was Schönes, wenn man ein bisschen Struktur hat, wo dann auch was bei rauskommt. Das ist ja das, was ich tue. Das ist ja meine Arbeit. Wenn auch nicht kodifiziert, Creator sein. Aber das ist ja das, was mir Freude bereitet und womit ich meinen Tag fülle. Also die Disziplin kommt, weil es mir Spaß macht und weil es Ergebnisse zeitigt. Und finanziell natürlich auch noch interessant, weil zwischen Podcast, YouTube und Newsletter habe ich halt Sponsoren. Mal mehr, mal weniger hier, mal da. Das ist mittlerweile irgendwie 3000, 4000 Dollar im Monat, die einfach nur über Sponsorship von dem Content rausgehen. Das heißt, das ist schon Vollzeitbeschäftigung für die meisten. Das Geld, was bei mir damit rauskommt, dass Leute ihre zwei, drei Zeilen Werbung in meinen E-Mail-Newsletter reinsetzen können, wo ich immer noch genau hingucke, ist das jetzt jemand, den ich tatsächlich da auch Werbung betreiben lassen will. Ich habe ja die Kapazität, ich muss es ja nicht nehmen. Aber es ist natürlich trotzdem schöne Bestätigung, das alleine würde unsere Miete bezahlen, wenn wir hier mieten würden. Ja, also das in die Richtung, es ist jetzt schon rentabel. Und dazu kommen noch die Bücherverkäufe und der Kurs und wenn ich mal irgendwo einen Workshop mache oder so. Also finanziell stehe ich ganz ähnlich da wie in der Vollzeitbeschäftigung, die ich vorher hatte. Vielleicht nicht ganz so krass wie 55.000 Dollar im Monat mit dem Unternehmen, aber es geht ja in die Richtung. Ich mache das jetzt noch drei, vier Jahre, dann sieht das schon ganz anders aus. Denke ich auch. Und jetzt hast du angedeutet, du machst dieses Jahr den YouTube-Kurs. Das bedeutet wahrscheinlich, es gibt dieses Jahr mehr Videos und vielleicht noch einen Online-Kurs und kein neues SaaS-Business. Oder kannst du ein bisschen teasern, was du dieses Jahr so vorhast? Also ich habe in den letzten paar Monaten schon viel vorbereitet, um einen neuen Videokurs zu ermöglichen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob und wann genau ich das beginnen werde. Aber da geht es auch ein bisschen um das Konzept Calm-Business, also die Idee, ein Unternehmen geruhsam und jetzt nicht gestresst und vor allem nicht so Hyper-Growth, mega Wachstum orientiert aufzubauen. Das ist mir wichtig, weil ich immer mehr Leute sehe, die das erfolgreich tun. Ich bin ja selber einer davon, der jetzt ganz ruhig und entspannt, langsam wachsend, aber beständig wachsend Unternehmen aufbaut. Haben wir auch mit Feedback Panda so gemacht. Und ich kenne die Prozesse dahinter. Ich bin in Kontakt und ich berate und mentore, wenn man so schön sagt, viele Leute genau in diesem Feld gerade. Deswegen ist es für mich interessant, da was zu tun, Leuten zu zeigen, was die Möglichkeiten sind, ein Business genauso aufzubauen. Von vornherein eben auf Sustainability und Calmness aufzubauen. Die Richtung geht es ein bisschen, aber ich weiß nie wirklich, wo es hingeht. Also das ist so ein bisschen das Ding bei mir, ich will es auch gar nicht wissen. Also ich will sehen, wo mich mein Interesse hintreibt und dort mache ich was. Wenn mir wieder so eine Idee wie Permanent Link kommt, dann baue ich halt nochmal so ein Ding. Habe ja Zeit. Also ich habe ja auch jetzt von den Interviews, die ich mache, den Großteil für dieses Jahr schon aufgenommen. Und wir sind jetzt Ende Januar, muss ich mal sagen. Jetzt, wo wir aufnehmen. Ich habe Videos mit Interviews bis Ende August. Schon im Kasten. Das heißt, ich habe relativ viel Zeit, wenn ich dann mit dem Editieren dieser Sache, also dem Fertigstellen der Videos und der Audio-Geschichten fertig bin, da kann ich mich ja an alle möglichen Sachen heransetzen. So baue ich mir auch meinen Arbeitsalltag auf. Ich halte mir meinen Kalender so frei wie möglich, damit ich halt so viel Zeit wie möglich habe, um die Sachen zu machen, die ich machen will. Aber mehr teasern kann ich nicht, weil ich ganz ehrlich nicht weiß, was kommt und wann will sie auch nicht. Aber kommt was. Und dann machst du das, worauf du Bock hast. Das ist natürlich wahnsinnig cool. Jetzt hast du schon ein paar Tipps für andere Bootstrapperinnen hier erzählt, zum Beispiel, dass man sich nicht verrückt machen lässt, dass man mit Technologie arbeitet, mit denen man gewohnt ist und eben nicht die neueste Technologie lernen muss, weil man dann nicht fertig wird. Dann das Thema Calm Business oder nachhaltig wachsendes Unternehmen hast du schon angesprochen. Was wären für dich noch so Tipps, die du anderen mitgeben würdest, die jetzt an dem Punkt sind, wo du damals mit Feedback Panda warst in den Beginn? Wichtig ist, bei der ganzen Bootstrapping-Geschichte, dass man nicht vergisst, warum man das eigentlich macht. Also ich komme noch zu ein paar taktischeren Sachen gleich, aber so eine grundlegende Annahme für mich war immer, warum will ich denn überhaupt das Unternehmen bauen? Will ich später mal so ein Typ sein, der im Chefsessel sitzt und um ihn rum sind 30, 40 Mitarbeiter in irgendwelchen Büros? Ist das, wo ich hin will? Oder will ich die Person sein, die in ihrem Büro sitzt, umgeben von den Sachen, die sie gerne mag und ihr eigenes Ding durchzieht? Also Sotopreneur, will ich ein reguläres Unternehmen bauen? Oder will ich ein gesamtes Hochhaus anmieten? Ist das mein Ziel? Warum mache ich das? Oder will ich einfach nur Wert schöpfen für mich und meine Familie? Will ich irgendwann einfach mal raus sein aus der ganzen Businessnummer und angelnd im Wald sitzen? Ist das vielleicht mein Ziel? Und jeder von uns hat dieses Ziel irgendwo ganz tief drin, wir überkleben das halt nur sehr schnell mit diesen Plakaten, die andere Leute uns geben. Du musst Venture Capital und dann musst du so Holzbrink mäßig Mega-Unternehmen aufbauen oder weiß ich, wie heißen diese Rocket Internet-Heinis, irgendwelche großen Dinger aufziehen. Ja, musst du nicht. Kannst du, wenn du willst. Kannst du auch gerne große Unternehmen bauen mit Skalierung und allem Möglichen drum und dran. Aber das ist nur einer der vielen Wege, die man wählen kann, um ein Unternehmen aufzubauen. Kannst du auch ganz klassisch Familienunternehmen aufbauen. Es gibt Designagenturen, wo vom Vater zur Tochter irgendwann das Unternehmen übergeben wurde und die machen halt immer noch so Design. So kleine drei, vier Personenbutze und fertig. Oder Indie-Hacker-Geschichten, wo es Softwareunternehmen, die man selber aufbaut, wie Daniel und ich, zu zweit 5.000 Kunden. Alles kein Problem. Du hast halt die Wahl. Und wenn du das Interesse daran hast, für dich selber Wert und Wohlstand aufzubauen, ohne nach der Pfeife jemand des anderen, oh Gott, oh Gott, deutsch schwer, zu tanzen, dann ist Bootstrapping eine sehr gute Idee. Und dann sollte man halt auch nicht aus anderen Ideen, Taktiken und Methoden anwenden. Du kannst halt nicht mit BC-Gedanken eine Bootstrapping-Firma aufbauen, mit irgendwie krass Geld in irgendwie YouTube-Werbung oder Facebook-Ads oder so reinzuschmeißen. Der macht keinen Sinn. Du musst dann, wenn du das Ding schon selber mit deinem eigenen Geld finanzierst, komplett andere Methoden anpeilen, mit denen dein Unternehmen sich selber bewerben kann. Also vielleicht so einen kleinen Tipp hier an der Stelle. Das, was wir damals mit Feedback Panda gemacht haben, dieses interne Ding, wo Leute miteinander ihre Templates teilen konnten. Das war schon ein bewusstes Feature, was wir genau aus dem Grund eingebaut haben, weil wir dachten, ja dann sind die Leute vielleicht motiviert, untereinander das mehr zu teilen. Word of mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda. Das kann man als Werbekonzept, zentrales Werbekonzept der Firma, schon tatsächlich etablieren. Man muss halt nur den Leuten die Möglichkeit geben und den Anreiz geben, darüber zu reden. Und das ist oft eine Kulturfrage. Wie kommunizierst du als Geschäftsführer mit deinen Kunden? Gerade wenn das einzelne Selbstständige sind. Da musst du nicht so tun, als wärst du irgendwie der große Enterprise-Heini. Das generell musst du das nicht tun. Du kannst auch einfach nur du selber sein. Das ist immer okay. Vielleicht ist es besser, an der Stelle einfach zu sagen, ja wir sind ein kleines Unternehmen. So wie du. Oder wie ihr. Ihr da draußen. Und wir wünschen uns, dass wir so gut sind, dass ihr uns weiterempfehlt. Nicht, dass wir euch dafür bezahlen in einem Affiliate-System oder irgendwas, sondern helft uns, damit wir euch helfen können und ihr anderen helfen können. Das ist eine Kommunikationsfrage. Und wenn man sich positioniert, ganz bewusst positioniert, als wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind nicht VC finanziert, wie die da drüben. Das sind wir nicht. Wollen wir nicht sein. Wir wollen näher an unserem Kunden stehen. Wir wollen den nicht nur als irgendwas im Bilanzheft geführt sehen, sondern als Menschen, mit dem wir interagieren. Wenn man das kommuniziert, dann hast du plötzlich eine ganz andere Art, mit deinen Kunden zu arbeiten. Und das oft hilft wesentlich mehr, das Unternehmen am Anfang stabil aufzubauen und in diesen ersten Kunden, die du hast, diese Evangelisten zu finden, die dann überall über dein Unternehmen reden. Die gehen dann in ihre Community und sagen, ihr glaubt das nicht, aber ich habe hier ein Tool gefunden, da habe ich ein Problem gehabt, dann habe ich das in dieses Chat-Ding geschrieben, habe gedacht, da antwortet mir eh keiner, dann hat der CEO mir eine halbe Stunde lang am Telefon zugehört. Also das, das haben wir gemacht bei Feedback Panda, das glaubt einem keiner und wenn man dann tatsächlich dazu kommt, dass die Leute einem das glauben, dann ist das was, was die noch nie irgendwo anders erlebt haben. Und damit nehmen die dich und dein Unternehmen ganz anders wahr, reden ganz anders drüber und du hast eine wesentlich einfachere Methode, diese Leute davon zu überzeugen, ihr mit ihren Peers, mit den Leuten um ihn rum, um sie rum zu kommunizieren. Und das wiederum macht es wesentlich günstiger, um jetzt mit Bootstrapping zu bleiben, Marketing zu betreiben. Das wäre ein Tipp, den ich da habe. Es gibt wahnsinnig viele Varianten von wie Bootstrapper anders sind als wie sie finanzierte. Vielleicht letzter Tipp an der Stelle, bevor ich ausuferere. Anstelle den Leuten auf, und das ist jetzt nicht böse gemeint, auf Gründerszene und TechCrunch und auf diesen ganzen großen Portalen, wo nur die wie sie finanzierten Leute reden, anstelle Nachrichten dort zu suchen, geht doch in die Community von anderen Leuten, die wie ihr selbst finanzierte Unternehmen aufbauen wollen. Die Leute, die auf Twitter in der Indie-Hackers-Community sind oder es gibt auch auf LinkedIn wahnsinnig viele Leute, die selbst finanzierte Unternehmen aufbauen, die haben wahrscheinlich die besseren Informationen und die sind auch eher in der Lage und willens mit euch zu arbeiten als gleichwertige Unternehmer, die halt nicht gucken, wer hat denn bei euch sich eingekauft. Nee, die sagen, okay, guck mal mal, vielleicht können wir gegenseitig uns helfen hier an der Stelle. Also in der Community findet ihr wahnsinnig viel Hilfe von Leuten, die genau das Gleiche wollen wie ihr, wenn ihr ein Unternehmen selbst finanziert aufbauen wollt. Und das kann ich echt nur empfehlen. Die Community ist unglaublich gut. Also gerade auch die englischsprachige, generell sollte man sich dazu überwinden, aktiv in der englischsprachigen Community zu sein und das einfach in Erweiterung natürlich der Präsenz in der deutschsprachigen Community. Aber das Wissen, was man da bekommt in dieser Community, ist kostenlos, oft genug und besteht halt aus realen Erfahrungen von Leuten, die genau das Gleiche machen wollen oder schon gemacht haben, wie das, was ihr machen wollt. Arbeit, Wahnsinn. Wirklich super inspirierend, spannende Geschichte, die du hier sehr sympathisch erzählt hast. Ich werde auf jeden Fall sämtliche Inhalte verlinken. Wenn wir jetzt mal, du hast jetzt echt wirklich ja auch sehr viel selber produziert auf YouTube oder von den Podcast-Folgen. Welche zwei, drei sind deine absoluten Highlights? Welches sollte man unbedingt gesehen haben? Also von den Podcast-Folgen, gerade denen, die ich jetzt mit den Interviews geführt habe, letztens, da will ich das Gespräch mit Daniel Vassalo, das würde ich gerne hervorheben. Also Daniel kam mit der Idee des Many-Small-Bets-Konzepts daher, also viele kleine Wetten, wo es darum geht, wie kann ich als Gründer meine Risikostruktur minimieren und gleichzeitig aber immer noch so ein bisschen verschiedene Sachen ausprobieren. Der kennt sich damit sehr gut aus, hat das selber auch gemacht, hat jahrelang für Amazon gearbeitet, ein Buch geschrieben, einen Kurs gemacht und alles ein Zeug, der ist sehr etabliert und kommuniziert das auch sehr klar. Ich weiß gar nicht, welche Episoden Nummer das hat, aber das kriegst du schon irgendwie raus. Ja, das Gespräch ist sehr, sehr spannend. Dann das Gespräch mit Patrick Campbell, das, was ich vorhin angedeutet habe, über diese 200 Millionen. Das ist nicht nur deswegen unglaublich inspirierend, weil der Typ das für 200 Millionen Dollar verkauft hat. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Zahl ist, also ich zumindest nicht. Auf dem Konto, von einer Person. Das ist total crazy. Er selber kann das auch nicht. Gebootstript auch? Ich glaube, er hat irgendwie 70 Prozent davon abgekriegt oder so. Also der hat das mit anderen Leuten, aber der hat einen neunstelligen Betrag auf dem Konto. Und der meint halt auch, das Gespräch ist deswegen interessant, weil man eben mitkriegt, oh krass, das ist ja trotzdem noch problematisch. Also der hat ja trotzdem noch mit sich selbst zu kämpfen. Der ist immer noch davon überzeugt, dass das nur ein Zufall war. Und der hat jetzt die Angst zu sterben. Vorher hat er Angst gehabt zu sterben. Er hat nie mal an den Tod gedacht. Aber jetzt denkt er halt dran, oh, was ist denn, wenn ich sterbe? Wenn meine Familie, wenn die Generationen nach mir noch davon profitieren? Diese krassen Konzepte, wo unser Gehirn uns einfach jeden Tag irgendwie uns ins Gesicht schlägt, aus unerfindlichen Gründen. Das merkst du halt in dem Gespräch so klar. Selbst der Typ mit 100 Millionen Dollar, der jetzt alles sich leisten kann, selbst der zweifelt noch an sich selber. Und das ist so eine, das nivelliert so krass, auch meine Wahrnehmung von anderen Menschen. Das ist alles, was du siehst, um Elon Musk und so drumherum, das ist alles nur Fassade. Aber wenn du mal mit jemandem wirklich auf dieser tiefen Gesundheits-, Mental-Health-Ebene sprichst, da merkst du, hey, wir sind alle so fragil. So krass fragil. Also das Gespräch würde ich auch wirklich ans Herz legen, mal zuzuhören, weil das hat mir sehr viel bedeutet, dass jemand, der so profiliert ist wie Patrick, so offen und ehrlich über diese Probleme spricht. Deswegen empfehle ich das. Und ich denke, das sind genug. Das sind schon mal zwei Stunden. Aber das sollte erst mal ausreichen. Zwei Stunden mit mir und diesen Leuten. Das ist genug. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Das ist wirklich total cool und super, super gut. Echt klasse. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag in Kanada. Vielen Dank. Einen schönen Abend zurück nach Deutschland. Tschüss. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war auch schon. Haha. Folge 9 von Happy Bootstrapping. Danke auf jeden Fall, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Schick mir gerne Feedback zur Folge oder bewerte den Podcast. Und wie immer, bist du selber Bootstrapperin oder Solopreneur? Dann schreib mir einfach eine Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de In Folge 10 erwartet euch Christian Heffner von Happy Coffee, Let's See What Works und einer der beiden Gründer von Fastbill. Er hat auch eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Und damit du diese nicht verpasst, abonniere gerne den Podcast im Player deiner Wahl. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.